So, machen wir erstmal den Technik-Test. Einen wunderschönen guten Abend. Können Sie mich auch mit dem hinteren Teil verstehen. Da werden Daumen geweckt. Gut, da wäre ich sehr hoh und schon die ersten Likes. Ich freue mich wirklich, dass wir die Zahl genau richtig kalkuliert haben. Wenn man 77.000 Briefe verschickt, dann würde ja bei einer Quote von 1% bereits ein Zahl mit 770 Personen erforderlich. Wir haben einen über 300 gebucht und der ist jetzt ziemlich genau gefüllt. Also Punktlandung. Heißt aber auch, die Beteiligung in Form physischer Präzents beträgt 0,5%. Und so haben wir in der Vergangenheit auch immer Bürgerversammlungen gemacht. Ich erinnere mich an eine, bei der ging es um eine Zahl für Zübingen. Nämlich hier nebendran. Der sogenannte Karl-Schlecht-Bau. Da sind wir in die Gleichsparkasse gegangen. Es waren dann 500 Leute im Saal. Ein bisschen mehr als heute. Aber die 500 waren im Wesentlichen die, die die Stimmung unter anderem für mich als beteiligten Entscheider, aber vor allem für Karl-Schlecht, der da sich angeschaut hat, will den Tübingen jetzt meine Investition oder nicht, repräsentiert haben. Und ich habe damals gefragt, die 500 Anwesenden, sollen wir diesen Weg weitergeben oder nicht? Und dann war die Hälfte dafür und die Hälfte dagegen. Und für den Investor Karl-Schlecht war das die Ansage, wenige Tage später das Projekt zu stornieren, weil er gesagt hat, ich möchte nicht so viel Geld für ein Projekt ausgeben, dass die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger gar nicht bin. Jetzt wissen wir aber alle nicht, ob die 500, die damals gekommen sind, repräsentativ waren. Das werden wir nie wieder herausfinden. Es gab keine Teilnahmeliste. Das zeigt aber, dass diese Form der physischen Bürgerbeteiligung viele Vorteile hat und ich kann sie alle direkt sehen, aber im Hinblick auf Entscheidungen auch Repräsentativitätsprobleme mit sich bringt. Bin so dreistigen, wir sagen mal, mit einem konkreten Experiment hier im Saal zu zeigen. Statistisch gesehen sind wir Tübinger, die jüngste Stadt in Baden-Württemberg. Der Altersschnitt liegt bei etwa 41 Jahren. Ich frage jetzt hier einfach mal im Saal, wer von Ihnen ist 41 oder jünger? Bitte, Hand hoch. Also ich komme jetzt da, wenn es hochkommt, auf 5% der Anwesenden. Ja, da sind ja gerade welche, einer von 10 hier, das ist schön. Jetzt frage ich aber umgekehrt, wer von Ihnen ist über 60? Sind Sie so nicht, heben Sie trotzdem die Hand. Das ist ja gar die Hälfte der Anwesenden. Das ist nicht ungewöhnlich. Das ist auch nicht verwerflich. Es ist keine Kritik, aber eine Feststellung. Die Beteiligung an dieser Art von Veranstaltung ist in Tübingen, seit ich sie mache, 12 Jahre immer sehr stark geprägt von Menschen höheren Alters. Die kommen gerne, die diskutieren gerne, die wollen mitbestimmen. Man kann eigentlich nur sagen, schade, dass die Jüngeren das nicht tun. Aber wir müssen trotzdem festhalten, so ist es. Bei der Stadtbahnveranstaltung war es nicht anders. Da wurde das auch schon als Kritik ausgelegt. Das ist jetzt einfach mal nur eine Feststellung. So, und was hat jetzt mit unserem Thema zu tun? Mit dem Saal und dem Bad erst mal nichts, aber mit dem Thema Einwohnerbefragung sehr viel. Denn mein Part ist es Ihnen heute, kurz am Anfang zu erläutern, was wir vorhaben. Danach kommen die inhaltlichen Parts, geworden, Saal und Bad. Aber am Anfang steht, was haben wir vor? Und wir haben vor, als erste Stadt in Deutschland, es gibt 11.000 Kommunen in Deutschland, als erste Stadt in Deutschland, eine Befragung aller Einwohnerinnen und Einwohner, da durchzuführen, wo heute die Meinungsbildung für den Großteil der Menschen stattfindet, nämlich auf dieser Benutzeroberfläche. Die gibt es in größer oder kleiner. Aber im Wesentlichen nehmen wir heute Informationen über diesen Weg auf. Und deswegen findet dort auch ein Großteil der Meinungsbildung statt. Vor 20 Jahren war das Stiftel Papier und die gedruckte Tageszeitung. Immer mehr ist es das Tablet und das Smartphone. Und der Gemeinderat hat mit sehr großer Mehrheit dieses Verhältnis beschlossen, dass wir uns auf den Weg machen in die digitale Kommunaldemokratie, dass wir die Stadt sind, die ausprobiert, ob es gelingt, das Interesse für kommunale Themen mit dem Interesse für Handy und Tablet zu kombinieren, in der Hoffnung, dass das auch die Jüngeren zum Weg machen motiviert. Das ist der Grundgedanke. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das klappt, denn wir haben jetzt in den ersten Tagen, als die Codes verschickt wurden, schon etwa 6.000 Downloads der App gehabt. Ich frage jetzt mal hier im Saal, wer hat denn die App schon gedownloadet für die Bürgerbefragung? Ja, das schützt vielleicht ein Drittel oder sowas. Das kann dann gehen, wer Sie alle schriftlich abstimmen wollen, das könnten Sie auch. Aber ich will Sie heute eigentlich motivieren, sich diese App noch herunterzuladen. Vor allem, ob ich auch sehr technisch gut ausgestattet bin und da vorne anklicken kann. Das kann ich. Hier ist das Programm, habe ich im Wesentlichen schon angekündigt. Erst die App, dann die Inhalte. Wir werden dann Stellungnahmen sehen. Der Initiativkreiseln. Wir sehen für den Saal, für die Bäber, für das Urlandbad. Und wir hoffen, dass wir in einer Stunde durch sind, sodass wir dann Zeit haben für Fragen und Diskussionen. Jetzt zur Einwohnerbefragung und deren Ablauf. Einwohnerbefragungen werden nicht so nebenbei schnips durchgeführt, sondern nur dann, wenn der Gemeinderat sich mit zwei Drittel Mehrheit auf eine Fragestellung einigt. Das hat er getan vor vier Wochen. Es war zwar nicht einstimmig, aber mit sehr großer Mehrheit deutlich über zwei Drittel. Und die da vom Gemeinderat übrigens in vielen Stunden Arbeiten, Diskussionen, die ich vorbildlich fand, erarbeiteten Fragen, die werden dann in die App eingespeist. In der Satzung, die wir uns da gegeben haben, steht auch, dass eine solche Veranstaltung, wie wir sie heute haben, stattfinden muss. Und die konkret jetzt ablaufende Abstimmung beginnt am 11. März um 8 Uhr. Ab da können Sie auf der App ein Votum abgeben. Und dann haben Sie zwei Wochen Zeit. Auch das ist ein großer Unterschied. Normalerweise ist es für uns sehr aufregend. Wir brauchen 600 Ehrenamtliche, um einen Bürgerentscheid durchzuführen, damit die Wahllokale besetzt werden können für nur 10 Stunden. So haben Sie zwei Wochen Zeit, weil immer Sie Zeit haben, sich mit der Sache zu beschäftigen, können von zu Hause abstimmen. Ich glaube, dass das ein großer Vorteil ist und eine große Chance gibt, dass sehr viel mehr Leute sich da die Mühe machen, ihre Meinung kundzutun. Und dann werden wir auch die Ergebnisse sofort vorliegen haben, nämlich am 25. März morgens sind die über die App eingegangenen Stimmen schon ausgewählt und dann wird noch etwas nachgezählt, weil wir, das werde ich klar noch erläutern, auch die Möglichkeit natürlich geben wollen, für diejenigen, die epophob sind, dass sie auf andere Art und Weise teilnehmen können. Wie geht es mit der App? Ich habe es in einer Minute geschafft, war sehr froh, dass das völlig problemlos durchging. Die Apps sind in den gängigen Source drin, also App und Google insbesondere. Und dorthin kommen Sie am besten, indem Sie den Brief, den Sie bekommen haben, nehmen und da den QR-Code scannen. Wenn Sie das noch nicht haben, dann müssen Sie erst einen QR-Code Scanner downloaden. Das ist aber etwas, das sich ohnehin empfiehlt. Können Sie zum Beispiel über die Abfahrtszeit des Buses in Tübingen sofort einscannen. hat viele Vorteile. Also einmal den QR-Code scannen und dann haben Sie schon die App in aller Regel heruntergeladen. Und die Teilnahme per App, die wird dann möglich, wenn Sie im zweiten Schritt auch Ihren persönlichen Identifikationscode scannen. Sie sehen jetzt hier, wie das dann aussieht, die aktuelle Befragung. Genauso wird sich das darstellen. Also braucht Tübingen ein Konzertsaal und ein neues Heilenbad. Es gibt eine Kurzanleitung. Da wird erläutert, dass selbstverständlich die Prinzipien einer geheimen Wahl vollständig garantiert werden. Die Sache ist aus meiner Sicht genauso sicher oder unsicher wie eine Wahl mit Bleistift und Papier. Das heißt nicht 100 Prozent. Auch beim Leistift und Papier gibt es Auszählfehler, fallen Stimmen unter den Tisch. Wir haben mittlerweile gelernt, dass manche Städte sogar das Wahlergebnis schätzen. Am Wahlabend ist in München passiert und in Frankfurt. Also es kann viel passieren mit Bleistift und Papier. Und theoretisch kann auch jemand unsere App hängen. Die Frage ist, warum sollte es jemand tun? Was wäre denn den Winn? Aber in der Praxis haben wir hier nicht mehr Risiken zu tragen, nicht weniger Sicherheitssorgen als bei einem konventionellen Verfahren. Und anonym ist es in jedem Fall durch mathematische Verfahren sichergestellt, dass niemand herausfinden kann, wer eine bestimmte Stimme abgegeben hat. So sieht es dann aus, wenn Sie die App downgelotet haben und den persönlichen Code eingeben sollen. Also der, mit dem sichergestellt wird, dass nur auf einmal abgestimmt werden kann. Der große Unterschied zu klassischen Internetbefragungen ist, da können Sie ja oft zehnmal abstimmen. Und möglicherweise hat zum Beispiel schon mal irgendein Verein bei einer Tagblattumfrage eine Rundmeld geschickt an die Mitglieder. Achtung, Tagblattumfrage, bitte alle teilnehmen. Und dann klickt man fünfmal drauf, damit das Tagblattergebnis in die eigene Richtung geht. Kein Mensch kann das nachvollziehen, niemand weiß, wie es zu stellen kommt. Und das ist hier ausgeschlossen. Eine Person, eine Stimme. Und wenn Sie dann den Scanner der App, der steht in der App einprogrammiert, auf den Code halten, dann holt sich die App die Daten und ab da sind Sie, ich verstehe es nochmal, bitte benutzen Sie die App der Kamera, ab da sind Sie freigeschaltet. Dieser Prozess sollte nicht mehr als ein bis zwei Minuten dauern. Und das Schöne ist, dann haben Sie das verübert. Sie müssen das nicht bei der nächsten Befragung wieder machen, sondern das können Sie dann die nächsten zehn Jahre weiter benutzen. Sie müssen sich da nicht drum kümmern. Sie haben Ihre Abstimmungs-App und Ihren Code. Und wenn eine Abstimmung anstellt, kommt eine Nachricht auf Ihr Handy. Achtung, Abstimmung. Sie versäumen also auch keine mehr. Und sind Sie zufällig gerade im Urlaub auf Mallorca, können Sie trotzdem abstimmen. Viele Vorteile, glaube ich, die durchaus interessant sind. Also, Freischaltung erfolgreich. Dann kommt die Frage. Da gibt es den Hinweis, wann es losgeht. Und bei Details, was Sie hier blau sehen, da finden Sie dann viele weitere Informationen. Mehr Informationen heißt der Button ganz unten. Auch diese Informationen sind alle mit dem Gemeinderat abgestimmt. Die wurden jetzt nicht Wort für Wort. Der Gemeinderat hat diese Informationspakete so genehmigt, sodass Sie sich also darauf verlassen können, weil auch im Gemeinderat ja durchaus unterschiedliche Positionen zu diesen Sachfragen vorhanden sind, dass das eine faire, ausgewogene Sachdarstellung ist, die Ihnen da präsentiert wird. Es ist jetzt nicht so programmiert, dass Sie nur abstimmen dürfen, wenn Sie sich vorher informieren. Das wäre eigentlich richtig, aber wir fürchten, dass das dann wieder Wahlbeteiligung kostet. Sie könnten also auch alle Informationen ignorieren, weil Sie genau wissen, was richtig ist und sofort abstimmen. Kann man ja im Wahllokal auch. Warum sollte das bei der App dann verboten sein? Und dann kommen die entsprechenden Fragen. Wie stehen Sie zum Bau eines neuen Hallenbads? Da steht wieder bei mehr Informationen, wenn Sie es doch wissen wollen, der Button, wo man weitere Infos bekommt. Da lesen Sie jetzt einen solchen Text, so einen Erläuterungstext. Die Frage hier lautet, wie denken Sie über den Erhalt des U-Landbads als Bad, wenn ein größeres Hallenbad gebaut wird? Und dann sehen Sie die Antwortoption. Da ist jetzt eine Antwortoption gewählt. So sieht es dann aus. Ihre Antwort, wenn Sie die gewählt haben, das ist mir eher wichtig zur Frage 1. Und dann gehen Sie diese fünf Fragen, die wir gestellt haben, durch. Am Ende schicken Sie das Ganze ab. Dann kommt dieses Bild, Teilnahme erfolgreich. Das sollte noch niemand von Ihnen gesehen haben, weil es geht ja schon am 11. März los. Aber so sieht es dann aus, wenn Sie Ihre Boten abgeschickt haben. Und wir würden uns freuen, wenn Sie dann ganz am Schluss, wissen Sie aber nicht, noch ein Feedback zur App, deren Funktionalität und deren Optik abheben würden. Jetzt gibt es noch zwei andere Regeln, wie Sie abstimmen können. Ich empfehle Ihnen nochmal die App, das ist der einfachste und bequemste. Sie brauchen nie wieder irgendwelchen Codes und Sie können das viele Jahre machen. Und das geht am schnellsten. Aber wenn Sie das nicht wollen, aus welchen Gründen auch immer. Oder wenn Sie halt nicht über ein Endgerät verfügen, das das kann, das keine Apps runterladen kann. Das gibt es natürlich. In diesem Fall mussten wir uns auch Gedanken machen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Nämlich Sie können über Internet teilnehmen, zum Beispiel die klassischen PC, die Sie vielleicht noch stehen haben im Büro. Und da sehen Sie hier die Adresse, auf der das geht. Dann müssen Sie sich ja auch dort natürlich registrieren. Und wenn Sie das tun, dann können Sie keine App mehr benutzen. Also wir haben natürlich sichergestellt, dass man nicht erst App und dann Internetregistrierung macht. Das geht nur einmal. Also überlegen Sie, welchen Weg Sie gehen wollen. Und danach kommen die gleichen Fragen wie in der App. Oder es geht für die Freunde von Bleistift und Papier mit ganz normalen schriftlichen Verfahren. Das wäre also eine Briefwahl, die Sie beantragen. Sie schreiben uns Name, Adresse und Geburtsdatum. Wir haben auch vorgesehen, dass man das uns per E-Mail schicken kann. Ist nicht völlig widersprüchlich, weil es kann durchaus sein, dass jemand E-Mails benutzen möchte und trotzdem schriftliche Abstimmung. Also das alles ist möglich. Es muss nur erkennbar sein, um wen es geht, damit wir das in der E-Mail-Mail-Datei überprüfen können. Dann muss nämlich der entsprechende Code natürlich gegen Abstimmung auf anderem Weg wieder gesperrt werden. Und dann können Sie, wenn der Antrag des 8. März eingegangen ist, mit den schriftlichen Unterlagen, die wir Ihnen dann zuschicken, ebenfalls teilen. Und diese schriftlichen Boten, das sind die, die dann das endgültige Ergebnis noch verändern. Die zählen wir natürlich nicht aus, bevor das App-Stimmungsergebnis vorliegt. Und dann machen wir halt manuell, je nachdem wie viele das sind, noch ein paar Stunden, um dann das Endergebnis zu ermitteln. So sieht es aus. Ich glaube, dass es ganz gut ist, weil man sonst möglicherweise eine Stunde mit Fragen zur Technik verbringt. Und wir haben die Firma, die es programmiert hat hier, sodass also da auch alles beantwortet werden kann, dass wir alle Fragen in dem Frage- und Antworten-Block im zweiten Teil bündeln und jetzt erst die drei Themenblöcke hören. Ich wäre dann schon fertig und wenn Sie sich jetzt wundern, ja sagt der OB eigentlich nichts zum Inhalt selber, dann wundern Sie sich zurecht, weil das liegt mir schon gar nichts gegeben, da einfach zu schweigen zur Sache. Wir werden also auch noch was zum Inhalt sagen, aber nicht daran fangen, sondern später. Und ich sage es jetzt mal so, jetzt habe ich Ihnen als Oberbürgermeister meine Überzeugung vorgestellt, dass wir mit dieser App einen großen Schritt für unsere Demokratie nach vorne gehen können, dass wir die Unterstützung und Akzeptanz der kommunalen Demokratie fördern können. Und ich halte es für wichtig, weil wir alle wissen, dass die Kommunen die Keimzelle der Demokratie sind. Und das sollte völlig unabhängig vom Ausgang der Abstimmung selber für mich im Zentrum stehen. Als Oberbürgermeister bin ich also bereits fertig, aber als Finanzbürgermeister, da muss ich nachher noch was sagen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und damit gebe ich weiter an die Bürgermeisterin Dr. Wendy Lach. Ja, guten Abend. Mein Name ist Daniela Rasch. Ich bin die Neue im Rathaus, heute seit ziemlich genau acht Wochen im Amt. Und daher war am Samstag beim Benefizkonzert ein Saarbruch für Tübingen auch die logische Frage, ob ich eigentlich ins kalte Wasser geworfen wurde mit all dem, über das wir jetzt heute diskutieren. Und die Antwort ist ja, weil es hat ziemlich viel mit kaltem Wasser zu tun, über das wir jetzt diskutieren. Und zwar als Ausgangspunkt für all das, was wir jetzt heute und die nächsten Wochen diskutieren werden und darüber wir abstimmen werden, die Frage, haben wir genügend Schwimmflächen in Tübingen? Und die Antwort ist nein. Wir können derzeit den Schwimmunterricht der Schulen und die Anforderungen der Vereine nicht abdecken. Wir haben schlichtweg zu wenig Wasserflächen, als dass alle Schulen ihren Schwimmunterricht anbieten können. Die Vereine haben lange Wartelisten und mancher Verein kann derzeit gar nicht in die Bäder beispielsweise eintauchen. Unsere Feuerwehr weicht aus auf andere Bäder und so stellt sich für uns die Frage, wie schaffen wir es eigentlich, diese Schwimmflächen wieder zur Verfügung zu stellen? Die Idee, das Ulanbad zu erweitern, mag zunächst logisch sein, aber jeder von Ihnen, der drin war, weiß, dass es baulich sehr eingeschränkt ist und das Ulanbad zu erweitern nur unter sehr, sehr großem Aufwand möglich wäre. Selbstverständlich wäre es möglich, das Nordbad zu erweitern, allerdings sprechen wir über Schwimmunterricht an Schulen, die auch in ganz anderen Bereichen der Stadt sind und es erscheint uns nicht sinnvoll, Schülerinnen und Schüler aus Wehrlingen, aus dem Feuerwehr, hier einmal quer durch die Stadt zum Nordbad zu bringen. Ausgehend von der Diskussion haben wir uns entschieden, dem Gemeinderat vorzuschlagen, das wurde jetzt auch vielfältig schon diskutiert, ein ganz Neufallenbad zu bauen. Das ist das, was wir derzeit oft unter dem Namen Südbad diskutieren, also irgendwas, was hinten in Richtung Freibad. Also wo genau Süden ist, das kann man noch diskutieren, aber in etwa dort hinten, ich weiß, dass es über Süden auch unterschiedliche Anforderungen gibt, aber irgendwo in den Süden zu gehen und ein neues Hallenbad zu bauen. Ein neues Hallenbad bedeutet dann die Frage, was folgt daraus? Drei Bäder in einer Stadt, Sie werden nachher vom Finanzbürgermeister sicherlich noch hören und sehen es aber auch in der App, drei Bäder würden zu etwa 1,5 Millionen jährlich mehr an Betriebskosten führen. 1,5 Millionen, die wir dringend in anderen Bereichen brauchen, in sozialen Einrichtungen, in der Kultur oder wo auch immer, wie in Tübingen dann, oder der Gemeinderat der Meinung ist, wir sollten Geld investieren. Daher schlagen wir als Verwaltung vor das sogenannte Nord-Süd-Konzept, also zwei Bäder, das Nordbad und ein neues Südbad. Und Sie können sich sicher sein, und verzeihen Sie mir den flapsigen Spruch, niemand von uns ist morgens aufgewacht und hat gedacht, das machen wir doch heute mal zu Landbad zu. Wir kennen die Argumente, die für den Erhalt des Urlaubbads sprechen und jedes einzelne dieser Argumente ist ein gutes und richtiges Argument. Für uns stellt sich aber die Frage, was ist das, was wir kommunal stemmen können und was ist das, was wir für sinnvoll empfinden. Und daher schlagen wir als Verwaltung, haben dem Gemeinderat es vorgeschlagen, eben ein neues Bad im Süden zu bauen. Über die Größe wird sicherlich später noch diskutiert werden und wird auch jetzt schon, oder wurde in den letzten Wochen schon viel diskutiert. 25 Meter, 50 Meter, inwieweit muss ein Leerschwimmbecken noch rein, mit Hubboden und einer bestimmten Wärmetemperatur, dass es eben auch für Menschen mit Erkrankungen genutzt werden kann. All das wird noch zu klären sein, aber die Überzeugung, mit der wir in die Diskussion gehen, ist zu sagen, wir verfolgen das sogenannte Nord-Süd-Konzept, eben das Nordbad, das sicherlich auch noch mal weiter saniert werden muss, aber erste Schritte sind getan, und ein neues Südbad. Und ausgehend von dieser Diskussion zu sagen, wir haben zu wenig Schwimmflächen für unsere Schülerinnen und Schüler, zu wenig Schwimmflächen für die Vereine und natürlich für all diejenigen, die außerhalb von Schule und Vereinen schwimmen gehen wollen, überlegen wir dann, was passiert mit dem U-Landbad. Und da ist für uns ganz klar, das ist ein so zentraler und wichtiger Ort in der Stadt, dass wir diesen erhalten wollen. Und wir wollen ihn mit einer sinnvollen Nutzung versehen. Und daraus entstanden ist dann der Ansatz zu sagen, können wir nicht diese zwei Großprojekte der Stadt, die wir derzeit diskutieren, eben ein neues Hallenbad, und die Frage eines Konzertsaals so miteinander verbinden, und prüfen, ob der Konzertsaal, das liegt ja auch die Machbarkeitsstudie vor, die verschiedenste Anforderungen hat, und wir sind da auch mit dem Verein an Saalford-Hübingen in der Diskussion, prüfen wir doch, ob es möglich ist. Und zwar nicht im Bad, sondern das Bad als Foyer zu nutzen, und den eigentlichen Saal daneben zu bauen. Ich habe am Samstag scherzhaft bei einer Veranstaltung gesagt, ich bedanke mich für das ehrenamtliche Engagement, das schon gemessen wurde, um uns zu zeigen, dass es nicht möglich ist. Wir haben auch gemessen und sind der Meinung, dass es möglich ist. Das wird Herr Söhlke dann gleich noch vorstellen. Und wir wissen auch, was die Anforderungen sind. Wir werden da keine Mehrzweckhalle hinstellen, die die Anforderungen in Akustik nicht erfüllt, sondern wir werden das Sinn verprüfen, das wird Herr Söhlke gleich noch sagen. Wir bitten Sie oder diskutieren heute auch zunächst mit Ihnen, sich zu öffnen für dieses Konzept, das wir Ihnen vorschlagen. Nämlich ein neues Hallenbad, das den Anforderungen entspricht. Der Schülerinnen und Schüler, der Vereine und derjenigen, die einfach schwimmen wollen. Und dann zu diskutieren, macht es Sinn, können wir uns gemeinsam vorstellen, dem bisherigen U-Landbad oder am bisherigen U-Landbad dann einen Konzertsaal zu verwirklichen. Und Sie merken, da sind sehr viele Konjunktive drin und Konjunktive sagen auch etwas über den Zeithorizont. Das bedeutet natürlich nicht, morgen das U-Landbad zu schließen, sondern ein neues Bad zu bauen und dann anschließend das U-Landbad in einen Konzertsaal umzuwandeln. Das heißt, wir haben da auch noch einen Zeithorizont von mehreren Jahren, was nicht bedeutet, morgen in die Schließung zu gehen. Alles Weitere wird Ihnen jetzt noch direkt vorgestellt. Alle Zahlen kommen nun noch mal separat präsentiert und anschließend werden Herr Sölke und Frau Weizenecker da die Details auch noch zu den Bauglänen und zum Konzertsaal vorstellen. Herzlichen Dank. Applaus 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 Ich bin Herr Steinhardt von der Altenburg-Unternehmensberatung. Und wir haben in den letzten Jahren das Projekt in verschiedenen Schritten begleitet, das Projekt, das wir hier mal mit dem Namen »Praktikisches Bäder-Konzept« »Hallenbäder-Tübingen« bezeichnet haben. Es ging von vornherein immer nur um das Thema der Hallenbäder. Wie soll das zukünftig strukturiert sein? das Thema Freibad, da haben Sie ein tolles Produkt, wo auch weitere Entwicklungen ja noch geplant sind, ist an der Stelle erstmal außen vor und ich möchte Ihnen vorstellen, was wir in den letzten Jahren auch in einem schrittweisen Prozess erarbeitet haben und was wir Ihnen empfehlen zur Umsetzung. Das zweite Teil der Technik funktioniert jetzt auch noch. Noch nicht. Aber wir werden zunehmend ungeduldig. Bitte? Ja, wir haben irgendwie zurück, dass es nicht funktioniert, deswegen bin ich immer verpicht, dass diese Dinger funktionieren. Versuchen Sie noch mal. Die Generalprobe erfolgreich ist immer schlecht. Wir starten schon mal. Und zwar möchte ich nicht versorgen, ich habe mich persönlich vorgestellt, aber auch das Unternehmen vorzustellen, für das ich heute hier stehe. Die Altbruck Unternehmensberatung ist 1994 gegründet worden. Die beiden Geschäftsführer, der eine bin ich, der Altbruck ist Geschäftsführer der Gesellschafter. Wir sind seit 25 Jahren dabei, das heißt, wir machen das wirklich jetzt eine sehr lange Zeit. Was natürlich dazu führt, dass wir über erhebliche Erfahrungen verfügen in der Zwischenzeit. Wir sind fachspezifisch unterwegs. Das heißt, wir beraten nicht heute meine Bank und inzwischen habe ich auch noch mal einen Hallenbad beraten, sondern unsere Beratungsschwerpunkt ist ganz klar, die Beratung aufgrund der Sport- und Freizeitseinrichtungen, insbesondere Bäderbetriebe. Wir machen alleine so 30 bis 40 Bäderprojekte pro Jahr. Also das ist wirklich unser Leib- und Magenthema. Wir sind keine Architekten, wir sind keine Badbetreiber, wir verdienen also nicht daran, dass wir ein wirklich großes oder ein möglichst kleines Bad bauen. All das ist nicht unser Interesse, sondern wir möchten Ihnen als objektive Sachverständige ein vernünftiges Konzept vorstellen, was die Bedarfe für Tübingen, und zwar nicht nur für Tübingen heute, sondern für Tübingen in den nächsten 15, 20, 25 Jahren, und vielleicht halt so ein Bad trinkt so lange, was das wirklich abdeckt. Wir haben sehr viele Vergleichszahlen, natürlich begegnen unter anderem auch den Alten- und Wälderreport heraus, das ist das Nachschlagewerk, das klingt jetzt ein bisschen unbeschreifelt, aber wirklich so, das Nachschlagewerk der Branche, wo halt wirklich 1000 Wälderbetriebe, 400 Saunaanlagen, alle drei Jahre gebenchmarkt werden. Also das ist wie gesagt unser Spezialgebiet und entsprechend bitte ich die Zahlen, Daten und Fakten, die wir Ihnen vorstellen, auch zu bewerten. Haben wir das Teil den Gang gekriegt? Haben wir nicht. Dann gehen wir so weiter. Was möchte ich Ihnen vorstellen? Wir haben, wie gesagt, sehr ausführlich uns mit den räumlich-technischen Gegebenheiten, ihre bestehenden Wälder natürlich befasst, aber auch mit Besucherzahlen, Belegung, mit den Zahlenlesen. Das piept nicht anders, der Finanzbürgermeister kommt hier gleich auch nochmal und sagt was dazu. Natürlich muss man auch mit dem Betriebswirtschaft eben ein Auge behalten, aber bei Wäldern geht es nicht darum, Geld zu sparen, das kann nicht sein, dann würde man sie einfach zumachen, sondern bei Wäldern geht es darum, ein möglichst gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis zu erreichen. Und das ist das, worauf Sie kommen. Natürlich haben wir auch die Nachfragerhütung, die ja bei Ihnen schon durchgeführt worden ist, seinerzeit Türen und Vereine in unsere Hausarbeitung eingebaut, wäre ja sträflich, wäre nicht. Und haben dann das ganze Mückenlassen in das Nord-Züb-Konzept, aber da möchte ich jetzt nicht weiter vorgreifen, sondern Ihnen das jetzt nachher wieder einfach mal zeigen. Vielleicht muss ich hier wenigstens der Pointe. Ja, super. Na also, das ist ein Teil der Pointe. Räumlich-Technisch, wie sieht es aus? Hier Ulanbad ist natürlich mit einem historischen Charme versehen. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Es ist charmant, wenn man da rankommt. Das macht irgendwo schon eine heilige Atmosphäre. Es ist stark sanierungsbedürftig. Lasst uns nicht drüber streiten, ob es sechs, acht, neun oder zehn Millionen Euro ist. Kann sowieso bei so einer alten Immobilie keiner sagen, bevor er nicht wirklich mitten in den Bauarbeiten ist. Das ist leider bei solchen alten Immobilien so. Aber die Schätzungen, die da im Raum sind, die sind schon in der Dimension zwischen acht und zehn Millionen. Absolut, ich sag mal, in die richtige Richtung. Das ist ein Bad, was mitten in der Innenstadt gelegt ist. Das ist für die, die das heute nutzen, natürlich sehr praktisch. Man baut Bäder heute allerdings nicht mehr mitten in die Innenstadt rein, weil man weiß, dass einfach die Nutzungsmöglichkeiten besser sind und dass die Frequenzen höher sind, wenn man zwar in die Innenstadt nähe geht, aber nicht mitten in die Innenstadt. Der Startort ist aber gar nicht so sehr problematisch. Denn es ist insofern problematisch, als man gerade jetzt auch mit dem Auto nicht so gut hinkommt. Aber da wohnt es ja eh von weg. Von daher haben wir die Gesellschaftsbilder von weg. Von daher ist das gar nicht so entscheidend. Was tatsächlich ein Problem ist, ist die funktionale Einschränkung, die dieses Bad hat. Das hat nur eine Beckenbreite von 7,90 Meter. Das sind zwar viele Bahnen, aber die Bahnen sind schmaler als im normalen Becken. Das heißt, zum Beispiel für das Schulschwimmen, dass es kaum möglich ist, dass zwei Schulklassen dieses Bad parallel nutzen. Das ist einfach zu eng. Da ist ja nur eine Schulklasse, der das gesamte Becken nutzt, was natürlich von der Effizienz her nicht so gut ist. Das Becken ist auch keine 25 Meter lang, sondern 24,30 Meter. Das heißt, die Vereine sagen, zu Recht, nach richtig Zeitstunden, kann man da auch nicht. Es hat auch keinen Hutboden. Das heißt, es ist ein Becken, was maximal unflexibel in seiner Nutzung ist. Und diese Dinge beschäftigen uns natürlich wirklich, weil, es ist ja eben angesprochen worden, wir zu wenig Wasserfläche haben. Und wenn dann ein Teil der Wasserfläche auch noch schlecht nutzbar ist, ist das doppelt schwierig. Ich bin gespannt, ob ich hier nochmal die Verfahren erweige. Hallmarknord. Da haben wir Gott sei Dank eine ganz andere Außensituation. Das ist ein Bad, so wie man es sich eigentlich von der Funktionalität her, auch von der Aufstandsqualität her wünscht. Das ist ein helles, zeitloses Bad, funktional, absolut in Ordnung. Wir haben sechs Bahnbecken, wir haben Leerschwimmbecken mit Hubboden, wir haben einen Kleinkinderbereich, der ist nicht hübsch, da kann man ein bisschen was machen, aber es gibt ihn, es gibt eine Funktionssaune. Also das ist eigentlich so ein Bad, wo man sagen kann, da sind wir in der richtigen Richtung unterwegs. Das kann man auch, wenn man in die Zukunft denkt, absolut fortschreiben, weil es auch dauerhaft gut für uns war sein wird. Jetzt kommen wir mal zu konkreten Auslastungszahlen. Das U-Landbad, wir fangen wieder mit dem U-Landbad an, hat so 60, 70.000 Gruppen pro Jahr. Das ist schon bei dieser Größe schon eine ganz ordentliche Zahl. Und wenn Sie sich mal die Schwimmer pro Öffnungsstunde angucken, dann sind wir hier bei 19 Schwimmer pro Öffnungsstunde, Öffentlichkeit. Und der Branchenvergleich bei 15 bis 20 heißt, das macht es schon ordentlich ausgelastet. Es ist nicht überlastet, aber es ist ordentlich ausgelastet. Wie sieht es bei Schuhen und Vereinen aus? Da ist die Kennzahl Schwimmer pro Bahn. Und da sehen Sie, Schwimmer pro Bahn vier, Branchenvergleich sechs bis acht. Warum? Weil die Bahnen so schmal sind, dass man halt nicht zwei Schuhklassen parallel dort unterbringen kann. Da wirkt sich das ganz konkret aus. Bei den Vereinen, sieben Schwimmer pro Bahn, sechs bis neun Schwimmer wäre normal. Also die Vereinsnutzung, die quetschen sich auf die U-Land zusammen. Das kriegen die irgendwie hin. Aber wir sehen schon, die Funktionalität, die niedrige Funktionalität, macht sich aber schon vereinbar. Jetzt wechseln wir ins Nordbad und Hoppla, Rekordwert, bundesweit, 48 Schwimmer hier in der Flugstunde, in diesem Bad. Das ist, Brotberg, Branchenvergleich, 30. Also da sehen Sie, da reden wir nicht von einem gut ausgelasteten Bad, da reden wir von einem überlasteten Bad. Das muss man an der Stelle ganz deutlich sagen. Und bei den Schulen ist es noch in Ordnung, sieben ist da der Kanzler-Schimmer pro Bahn. Sie erinnern sich an den Brotberg, sechs bis acht, bei den Vereinen. 13 Schwimmer pro Bahn gilt das Gleiche. Das hat da nichts mit einer effizienten, wir sind ja große Freude, da habe ich jetzt schon häufig benutzt, das Wort effizient, große Freude von einer effizienten Wasserflächenauslastung. Aber das ist nicht mehr effizient, das ist einfach zu viel. Sie sehen, der Brotberg, sechs bis neun Schwimmer wäre normal so 50 Prozent mehr. Heißt, was Frau Dr. Hasch eben gesagt hat, Sie brauchen mehr Wasserfläche, ist aus unserer Sicht uneingeschränkt zu bejagen. Wo man auch mal ganz schön sehen kann, wie die Unterschiede zwischen den beiden Wäldern sind, U-Landbad und Nordbad, ist, wenn man sich mal die Kosten pro oder den Zuschuss pro Besucher anschaut. Das U-Landbad hat einen Zuschuss von acht Euro, pro Besucher immer, Rundberg, vor Abschreibung und Zinn, also wirklich die reinen Betriebskosten. Das Nordbad, die Hälfte. Da sieht man, Sie haben im U-Landbad einfach ein ganz schlechtes Verhältnis von umbautem Raum, von zu bewirtschafteter Fläche, zu der effektiven Nutzbarkeit. Das Nordbad ist halt von vornherein als Zweckbad gebaut und ist deswegen auch zweckmäßiger und kann deswegen den Zuschuss pro Nutzer auf die Hälfte runterfahren. Jetzt kommen wir zu den eben angesprochenen Bedarfsermittlungen. Es ist gefragt worden, jetzt hier für die Schulen, wie wird denn der Bedarf an Schulschwimmen sich entwickeln. Sie sehen, dass wir aktuell, das ist immer die Kennzahl, mit der man agiert, die Bahneinheiten pro Woche, also praktisch Bahnen pro Stunde und das aufaddieren auf die gesamte Woche. Da haben wir aktuell 420 Bahnen pro Woche und der angemeldete Bedarf, der schon das Bevölkerungswachstum, was ja bei Ihnen erfreulicherweise zu verzeichnen ist, berücksichtigt, der geht auf 642, 642 heißt, wir haben eine Steigerung von 53% zu erwarten, das ist eine deutliche Steigerung, aber, mein Gott, Sie haben eben gehört, Sie haben im Moment auch, Sie kriegen die Schule nicht alle unter. Jetzt muss man das ja mal durchaus in einen Branchenvergleich setzen. Das sind ungefähr 70.000 Schwimmer, die diese heute 420 Bahnen belegen. Das entspricht einem Anteil von Schulschwimmern pro Einwohner, das ist die Kennzahl, mit der man dann wirklich das auch bundesweit vergleichen kann. In Tübingen ist Wert 0,8, also 0,8 Schulschwimmer pro Einwohner. Wie ist das jetzt zu vergleichen? Ist das gut, ist das schlecht? Der Branchen-Durchschnitt deutschlandweit liegt bei 0,5. Das heißt, Sie sind heute schon viel besser, weil Sie haben eine viel höhere Schulnutzung, als das im Kommunen üblich ist. Der Spitzenwert, den wir in der Beratung angetroffen haben, also wirklich jetzt nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch in der Beratung von Hunderten von Wählerprojekten lag bei 0,9 Schulschwimmern pro Einwohner. Da sind Sie schon fast dran. Also Sie sind heute schon wirklich fast an dem Spitzenwert dran. Die Bedarfsanmeldung liegt bei 1,1. Das heißt, Ihr Bedarf, wenn Sie den tatsächlich so umsetzen würden in der Zukunft, dann wären Sie neuer Spitzenreiter. Ist ja noch nicht umgesetzt, aber der Bedarf, wenn Sie den umsetzen würden, dann wären Sie neuer Spitzenreiter. Das heißt, Sie würden bei, sagen wir mal, 90.000, 95.000 Einwohnern dann 100.000, 105.000 Schulschwimmer in Ihre Wälder kriegen. Das wäre großartig, weil es einfach bedeuten würde, dass ganz viele, eigentlich nämlich jeder von der ersten bis zur siebten Klasse in jeder Schulklasse Schulunterricht gegeben werden kann. Das ist wirklich der Plan. Dazu muss man auch die Lehrkräfte haben, dazu muss man auch Fußkapazitäten haben und so weiter, aber das ist der Plan, der dahinter steht. Sie werden, wie gesagt, dann von der Versorgung her absoluter Spitzenreiter. Wie sieht es bei den Vereinen aus? Die Vereine haben heute, ich gehe mal auf die Summenwerte hier, die Vereine haben heute 153 Bahneinheiten und haben angemeldet 391 Bahneinheiten. Das heißt, das ist eine Steigerung unter 56 Prozent oder anders gesprochen, zweieinhalb Mal so viel Nachfrage wird dort angegeben als Bedarf zu dem, was man heute hat. Wir haben gehört, es gibt heute Nachfrage, die schon ausgelagert ist, andere Kommunen, sie haben Bevölkerungswachstum. Trotzdem ist es natürlich eine gewaltige Steigerung und deswegen haben wir auch hier mal gesagt, wie ist denn das im Branchenvergleich? Auch da wieder die Kennzahl Vereinschämmer pro Einwohner. Der Istwert wie diese liegt bei 0,6, das sind ungefähr 50.000, 50.000 Vereinschämmer. Der Branchendurchschnitt ist bei 0,4. Sie liegt also heute schon über dem, was üblicherweise an Vereinschämmer in einer Kommune in ihrer Größe zu erwarten wäre. Der Spitzenwert, den wir in der Beratung mal gemessen haben, war 1. Das heißt, es könnte bei Ihnen heißen, 190.000 Vereinschämmer. Das wäre der absolute Spitzenwert, den wir gemessen haben. Der Bedarf, den Sie hier in Tütingen angemeldet, ist bei 1,3. Das heißt, Sie müssen weit über 100.000 Vereinschämmer realisieren. Dafür braucht man Wasserfläche, die kann man ja bauen. Dafür braucht man natürlich Trainer, also die das dann unsprechend beaufsichtigen. Und dafür braucht man auch Nachfrage. Diese Nachfrage, das sagen wir ganz offen, die sehen wir nicht, wir wissen nicht, wo die Nachfrage herkommen soll, dass man wirklich 120.000, 130.000 Vereinschämmer bei allem Engagement, was ich hier gar nicht abstreiben will, das wäre, wie gesagt, das wäre so deutlich über dem, was wir irgendwo mal kennengelernt haben. Da haben wir unseren Zweifel, dass das realistisch ist. Warum reife ich darauf herum? Ich komme gleich darauf zurück, dass diese Zahlen von Bedeutung sind. Jetzt gucken wir nach vorne. Können wir einfach so weitermachen? Ich glaube, es ist allen klar geworden, das geht nicht. Wir können nicht einfach die Kapazitätsmenge fest fortschreiben. Wir können auch nicht die funktionalen Mängel des U-Land-Bades einfach so fortschreiben. Können wir, glaube ich, schnell einen Markenlitter machen. Es ist keiner hier im Saal, glaube ich, der sagt, wir halten das U-Landbad und wir halten das Nordbad und mehr braucht man nicht. Ich glaube, selbst die U-Land-Bad-Befürworter werden sagen, damit alleine kommen wir nicht klar. Das Nordzugkonzept ist unser Favorit von Anfang an gewesen. Da mache ich gar keinen Hehl draus. Warum? Wir haben dieses schon angesprochen, wirklich, um Glückwunschung auch nicht mehr, wir haben das angesprochene Halmbad Nord, was auch einen erheblichen Sanierungsbedarf hat, aber das lohnt sich. Wir schlagen ganz klar vor, bauen Sie ein Halmbad Süd und schaffen Sie alle Kapazitäten, die Sie brauchen. Wie gesagt, es ist ja ein bisschen strittig, wie viel Sie brauchen, aber alles, was Sie brauchen, können Sie an diesem Standort realisieren. Also es gibt keinen Grund, dann jetzt noch an einen dritten Standort zu gehen, sondern man kann alle Kapazitäten, die man braucht, dort realisieren. Denn die Alternative dazu wäre tatsächlich ein Dreistandortkonzept, Nordbad, Südbad, U-Landbad. Wir sagen ganz klar nein. Warum? Weil man dann halt für diese sehr schlecht nutzbare Wasserfläche, relativ klein und schlecht nutzbare Wasserfläche, das U-Landbad sanieren müsste. Man müsste also viel Geld in die Hand nehmen, für wenig nutzen. Deswegen haben wir gesagt, der mögliche Nutzen des U-Landbads steht in keiner Relation zu dem hohen Sanierungsaufwand. Der Nutzen ist unstrittig, aber er steht nicht im Verhältnis. Und wie gesagt, wir können ja alles, was wir brauchen an Wasserfläche, können wir an dem einen neuen Standort schaffen. Und es ist natürlich nicht nur eine Investition, die man dann tätigen müsste an einen dritten Standort, sondern wir haben auch dann hohe operative Folgen. Sie müssen einfach drei Standorte betreiben, Sie müssen drei Wasserflächen beaufsichtigen und so weiter, ist nicht sinnvoll aus unserer Sicht. Jetzt ist hier die Frage, wie groß ist denn jetzt sinnvollerweise dieses Südbad? Sportbänken ist die Frage 25 Meter oder 50 Meter. Ich bin sicher, dass wir sich jetzt hier vorstelle, nicht unwidersprochen bleiben, ich sage es dann heute ab, aber unsere Meinung, dafür haben Sie uns hier, dafür haben Sie uns Geld bezahlt, dass wir Ihnen nicht nach dem Bund reden, sondern Ihnen die Dinge sagen, wie Sie sehen. Sie hätten einen investieren, mehr Aufwand und die Zahl ist, in dem Moment, wo man sich ausspricht, ich hoffe, es geht trotzdem. Investitionsaufwand von 5 bis 7 Millionen, da muss man mit Stand heute, wie gesagt, unsere Ausarbeitung ist da an der Stelle ein gutes Jahr alt und normalerweise ist ein gutes Jahr gar nichts, bei den Baukosten im Moment ist das eine Menge, da muss man schon mehr Richtung 7 Millionen gehen, der Mehraufwand zwischen einem 25 Meter und einem 50 Meter weg. Der jährliche Mehraufwand, in den Vollkosten liegen, entspricht auch eher bei 600 als bei 500.000 Euro. Und da muss man fragen, wer hat Nutzen von diesen größeren Becken, von diesen 50 Meter Becken im Verhältnis zu einem 25 Meter Becken und da sehen wir den Nutzen vor allen Dingen bei den Vorallem im Spitzensport, im Schlipsport, Triathleten, das sind so die Gruppen, die wirklich sagen, ich brauche die lange Bahn. Für Schulen bis Klasse 7 ist das eher weniger gut geeignet. Die wollen nicht auf den langen Bahn schwimmen. Die wollen auch nicht in so einer riesigen Badehalle schwimmen. Versuchen Sie mal, einem Lehrer klarzumachen, dass er mit 5 oder 6 verschiedene Gruppen in einer Badehalle gleichzeitig zum Unterricht machen. Da werden die Lehrer sagen, das funktioniert jetzt auch in unserer Erfahrung. Für Familien mit Kleinkindern ist so ein Riesenbecken auch eher abschreckend. Sind heute leider wenig da, aber trotzdem muss man die Interessen ja auch berücksichtigen. Also unter Kosten und Nutzen-Gesichtspunkten kann das nicht empfohlen werden. Nur um mal ein Beispiel zu nennen, für 5.000 bis 7.000 Euro, dafür können Sie zwei, dreifachzuhalten halten. Bauen und betreiben. Also es ist nicht so, dass irgendwo ein kleiner Betrag ist, der entsteht ja nicht einmalig, sondern er entsteht jedes Jahr, jedes Jahr, jedes Jahr. Also klare Empfehlung unsererseits, 25 Meter Badehalle. Und dann die Frage, 6 Bahn oder 8 Bahn? Da könnte man ja auch sagen, okay, das Nordbahn ist doch schön mit seinen 6 Bahn, lass uns doch in der Größen bleiben. Nein, wir möchten ganz bewusst auf 8 Bahn, oder unsere Empfehlung ist ganz klar, gehen Sie auf 8 Bahn. Man kann dann die Zielgruppen noch besser parallel die Wasserfläche nutzen lassen. Wir brauchen auch diese zusätzliche Wasserfläche. Wir haben eben gesehen, wie viel Wasserfläche zu wenig wir haben. Deswegen sind wir der Meinung, gehen Sie auf 8 Bahn, Springerbereich integrieren und wenn man dann parallel springt, also den Springerbereich öffnet, dann sind ja schon 3, 4 Bahnen weg und dann hat man aber immer noch 4 Bahnen daneben, die man nutzen kann. Auf jeden Fall bitte einen Teilhubboden da rein in dieses Becken, damit man dann auch dort Lichtschulunterricht stattfinden lassen kann. Ein reines Schubberbecken, was jetzt immer eine Wassertiefe von mindestens 1,30 oder so 1,80 hätte, macht keinen Sinn. Wasserfläche immer so multifunktional wie es unten geht und das kriegen Sie über den Hubboden. Lehrstuhlbecken. Der meist unterschätzte Beckentyp überhaupt sind Lehrstuhlbecken. Die sind so wichtig und sind so klasse, weil auf relativ wenig Wasserfläche unheimlich hohen Wissen realisiert werden kann. Da können die Schulen rein, zum Schwungunterricht perfekt, die Vereine können rein, zum Schulen lernen perfekt, die Warmbader in Anführungszeichen, um Gottes Willen, also die, die haben einfach gerne ein bisschen wärmeres Wasser die haben dann die ganze Zeit parallel in einem Sportbecken, 26, 27, 28 Grad, die kann man da die ganze Zeit 30 Grad warmes Wasser fahren. Ein Tummelbecken am Wochenende für Familien, das ist das am besten ausgelasteten Becken überhaupt, deswegen Lehrstuhlbecken ganz große Klasse, zumal man zusätzlich auch noch in dann verbleibenden Zeiten Kurse dort durchführen kann, weil wir immer sagen, ein solches Lehrstuhlbecken muss auch räumlich separierbar sein. Das heißt, ich muss da noch eine Tür zumachen können, dann kann ich da ein bisschen Musik machen, dann machen wir da Aqua Zumba oder Aqua Cycle oder was auch immer, während in dem Sportbecken ganz normaler Betrieb stattfindet. Kapazität solches Becken, 16,25 x 8 Meter, natürlich auch dort auch wieder einen Hubboden rein, weil wir das auch wieder multifunktional haben wollen. Braucht man denn dann, wenn man im Nordbad ein Kleinkinderbeck hat, braucht man denn dann wie in dem Südbad auch noch ein Kleinkinderbeck? Auch da sagen wir, ja, bitte, weil wir möchten das Angebot für junge Familien, das sind ja die Schwimmerer der Zukunft, die müssen wir ja ans Wasser ranführen, die Kleinkinder, das möchten wir so widerscheinig wie möglich haben. Da müsste man nicht sagen, dafür musst du aber als ein und eine der Stadt, wenn du im Süden wohnst, sondern da sollst du ruhig in den Luftschweck im Norden ein vernünftiges Kleinkinderbeck mit den Kleinkindernbeckern. Welche Öffnungszeiten würde denn ein solches Südbad haben? Es muss vielleicht der eine oder andere jetzt enttäuscht sein und wird sehen, das U-Landbad heute hat 64 Öffnungsstunden und wir würden das Neubad nur 62 Öffnungsstunden aufmachen, also gar nicht so viel mehr. Das ist aber ein Irrtum, weil in diesen 62 Öffnungsstunden haben wir natürlich dadurch, dass das Bad viel größer ist, viel mehr Nutzungsmöglichkeiten. Also wir haben 263 Bahneinheiten mehr. Das U-Landbad hat heute 216 Bahneinheiten und wir haben mehr als doppelt so viele Bahneinheiten für die Öffentlichkeit in diesem neuen Bad. Also lassen Sie sich nicht stören davon, dass nur in Anführungszeichen acht Öffnungsstunden mehr sind. Es ist viel mehr Nutzungsmöglichkeit in diesem neuen Bad für die Öffentlichkeit. Um mal so ein bisschen zu zeigen, wie das wasserflächenmäßig aussieht, das ist jetzt das neue größte U-Landbad, 192 Quadratmeter Wasserflächen. Das ist das U-Bad. Ich glaube, es wird deutlich, wir haben hier nicht einfach nur ein Bad durch ein anderes Bad ersetzt. Ich hoffe, das geht jetzt mit zurück. Ja, geht. Sondern wir haben hier eine verdreiten Halbfachung der Wasserfläche. Dieses Becken, also die drei, also das wäre ungefähr jetzt das U-Landbad, das ist das 8,25 Meter Becken. Das ist das Leerschuhbecken, das ist alleine schon zwei Mitteln so groß wie das U-Landbad. Das ist aber die ganze Zeit auf 30 Grad. Wir haben hier noch Dampfbad mit dabei, in der größten, großzügigen Dimension, was auch gerade bei Elfer und am Wochenende auch bei Familien sehr beliebt ist. Wir haben das Kleinkinderbeck, wir haben den Springerbereich, das ist das Grüne da oben. Ich bitte die grobstehtartige Darstellung zu entschuldigen, aber ich glaube, es ist ganz deutlich, über was wir reden. Also eine Verdreiheilfachung der Wasserfläche und vor allen Dingen ist das alles sehr, sehr gut nutzbar, weil hier ist ein Teilboden drin, da ist ein Vorderboden drin, also wirklich ein Bad der neuesten Generation mit einer extrem viel größeren Wasserfläche als das heute. Jetzt gucken wir uns zum Spaß mal so 50 Meter Becken an und Sie sehen, hoppla, das ist erstaunlich gar nicht, doch so groß wie 25 Meter Becken. U-Landbad mal 6 haben wir dann jetzt hier. Das ist natürlich schon eine gewaltige Dimension, wobei das selten dann in dieser Form genutzt wird, sondern tatsächlich wird es meistens so genutzt, Sie sehen den Unterschied, da springt dieser dunkelblaue Wald hin und her, das ist nichts anderes als eine mobile Startbrücke, die wird dann in die Mitte gefahren, das hat mal zwei 25 Meter Becken, A8-Bahnen, jetzt komme ich noch mal drauf zurück, jetzt stelle ich mich mal Schulschwimmen in dieser Halle vor, hier drei schmülen, da drei schmülen, da eine schmülen, macht kein Lehrer mit. Sind Lehrer da? Nein. Also ist viel Wasserfläche, aber ist von der multifunktionalen Lustbarkeit her dann doch schmülen. Was passiert jetzt, wenn wir uns die Bahneinheiten, Sie haben sich ja an diese Begrifflichkeit hoffentlich inzwischen schon ein bisschen gewöhnt, wenn wir das jetzt mal abgleichen. Wir haben hier noch mal das Ist, wir kommen hier noch mal erst auf die Schulen, die Summe der Schule ist zwar 420, die Summe im Konzept sind 670, das heißt, wir haben eine Steigerung, eine Steigerungsmöglichkeit von knapp 60 Prozent zu heute. Das ist noch nicht ausgereizt, wir könnten noch an anderen Tagen mehr Schule da reinlegen, haben wir gesagt, mehr brauchen wir nicht. Wir haben hier mit einer Steigerung von 60 Prozent den Bedarf, das unsere nicht abgibt. Bei den Vereinen ist es so, dass wir heute die 153 Nutzungseinheiten haben und wir kommen Summen Nordbad und Südbad zukünftig auf 288 Einheiten, das heißt, wir haben eine Steigerung von 90 Prozent. 90 Prozent mehr Nutzungseinheiten für die Vereine im Vergleich zu heute. Aber, wenn wir das jetzt wieder... Ich bin auch so gut wie durch. Wenn wir das mit der Bedarfsanmeldung vergleichen, dann ist es so, dass die Schulen nur 4 Prozent Abweichung haben zur Bedarfsanmeldung, während die Vereine ihren Bedarf von 392 Einheiten nicht erfüllt sehen. Also diesen von mir eben ja als sehr, sehr hoch auf angemeldeten Bedarf, den kann man tatsächlich nicht erfüllen mit dem 25-Meter-Prozent. Allerdings sehen wir mit der von uns hier vorgeschlagenen Variante den realistischen Bedarf absolut abgedeckt. Ich habe, weil die Frage ja sicherlich kommt, wenn ich hier auch noch mal das 50-Meter-Beggen im Vergleich, dann würden wir dann die Schulen um 34 Prozent übererfüllen, wir würden die Vereine um 20 Prozent übererfüllen und würden insgesamt den, ich sage es noch mal, aus meiner Sicht zu hoch angemeldeten Bedarf immer noch um 30 Prozent übersteigen. Das wäre dann die Konsequenz des 50-Meter-Beggen. Dem Ganzen muss jetzt durch die Wirtschaftlichkeit gegenübergestellt werden. Das Nord-Süd-Konzept ist in erheblichen Investitionen verbunden. Hallenbad Nord ist die aktuelle Schätzung um die 11 Millionen, Hallenbad Süd 15 Millionen, muss man heute schon sagen, plus X, wie sie beauftragt, der Stadtwerke von 35 Prozent muss man heute einfach sehen, das wird 15 Millionen nach heutigem Stand schon nicht mehr zu bauen sein, aber unsere Berechnung gibt dieser Wert noch zugrunde und führt dann zu einer Gesamtwirtschaftlichkeit. im Betriebsergebnis 1 von 2,5 Millionen, dann kommen die Abtreibung der Zinsen und der Kapitaldienst der neuen Investition dazu, sodass das Ganze im Summe dann, da ist das Freibad wieder dabei, 4,8 Millionen kostet in der 25-Meter-Variante. Sie liegen heute in der Werderunternehmung bei 3 Millionen. Das heißt, ungefähr 3 Millionen. Das heißt, die Steigerung von 3 auf 4,8 Millionen ist erstmal so gegeben, aber wir sagen an der Stelle, das ist das, was sinnvoll ist und da müssen Sie gucken, wie Sie das stemmen. Wie gesagt, 50 Meter weg wäre dann ja noch mal gut drauf zu sehen. So, ich komme tatsächlich zum Ende. Aus unserer Sicht muss ganz klar sein, das Südbad ist nicht einfach nur ein Ersatz für das Uladbad, sondern das ist von der Jugendfamilie bis zum Senior Schwulvereinsschule absolut multifunktional nutzbar. Wir können an den Standort, der vorgesehen ist, ist ja in der Region des Freiwaltes auch noch mal in Betrieb. Synergien nutzen, die Erreichbarkeit ist für den Süden Tübingens wirklich, unter Südnachung wirklich gut. Damit ist dieses Nord-Süd-Thema erfüllt und schließlich und endlich aus unserer Sicht das Nord-Süd-Konzept ist qualitativ wie quantitativ. Wenn man das mal für eine Kommune der größten Tübingens vergleicht, weit übernögendlich und auch für die Zukunft absolut bedarfsgerecht für Bevölkerung, Schulen und Vereine. Deswegen unsere klare Empfehlung, geht's auch das Nord-Süd-Konzept. Das ist teuer, das ist richtig aufwendig, aber wir sagen, das ist das, was wirklich auf Dauer auch dem Wachstum ihrer Kommune gerecht wird. vielen Dank. Vielen Dank. Applaus So, guten Abend auch von uns bei uns. Frau Weizenegger und ich habe gerade schon von der Konzertsaalfraktion da unten gehört, wir sollen auch 40 Minuten machen, machen wir nicht. Wir versuchen, ein bisschen knapper zu machen. Ich glaube, es geht, auch wenn wir nicht ganz so ins Detail gehen werden. Wir werden versuchen, Ihnen zum einen die Bedarfssituation, das wird Frau Weizenegger gleich übernehmen, das Leiterin des Kulturamtes als auch die Standortvarianten darstellen an dem Punkt, die wir untersucht haben, natürlich längst nicht so detailliert, wie das bei den Wählern der Fall ist, sondern tatsächlich eher auf der Städtebereichen. Ich würde jetzt erst mal an Frau Weizenegger überlegen. Ja, auf guten Abend von mir, Dagmar Weizenegger, die Leiterin des Fachbereichs Kunst und Kultur. Wie der Name des Fachbereichs schon sagt, stehe ich heute hier für die Kultur und in diesem Fall für den Konzertsaal. Ich habe auch gerade beim Zuhören gedacht, wir haben auch schon eine Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2015, die wir jetzt aber natürlich nicht mehr in dieser Ausführlichkeit vorstellen. wie wir das jetzt gerade von den Bädern gehört haben. Nichtsdestotrotz möchte ich Ihnen hier noch einmal den Bedarf darstellen, den ein solcher Saal, solches Gebäude in Tübingen hat. Ich habe Ihnen mich von ungefähr, die liegt hinten auch aus, die Kulturkonzeption mitgebracht. Die Kulturkonzeption, die im Jahr 2010 2011 begonnen wurde und die sozusagen die Entwicklungsleitlinien für die Tübinger Kultur, Politik festgelegt hat. Sie ist im Jahr 2012 erschienen und wurde 2017 fortgeschrieben. Sie hat stattgefunden mit einem hohen Beteiligungsprozess, das heißt, es wurden mit allen Sparten, mit sehr vielen Kulturschaffenden und mit dem Gemeinderat wurden Gespräche geführt. Es hat auch eine Bürgerbefragung stattgefunden 2011. Und es wurde in allen Bereichen festgestellt, eine wesentliche Schwäche der Tübinger Kultur ist der Mangel an Räumen. Für Veranstaltungen, für Konzerten, für Proben, aber auch für Ateliers, für vielerlei Elemente, fehlt in Tübingen grundlegend die Infrastruktur. Und ein weiterer wichtiger Punkt, insbesondere fehlen Aufführungsmöglichkeiten für alle Sparten der Musik. Das heißt, nicht nur jetzt klassisch, nur in Anführungszeichen klassische Konzerte, genauso für den Jazz, für Musik, Theater, für, wir hatten jetzt zwei Opernaufführungen, Wallander, Jumeni, also das fehlt uns hier grundlegend und auch, weil es jetzt gerade nochmal betont worden ist, hier in dem Bereich des Schulschwimmens, das sind natürlich auch Aufführungsmöglichkeiten, die fehlen für die zahlreichen Schulorchester, Chöre, aber auch für zum Beispiel für die Orchester der Musikschule, auch noch verschiedene Musikschule, also das ist nicht vorhanden. Und deswegen wurde meines Erachtens die Forderung nach einem Konzertsaal zu einem der Schwerpunkte der Kulturkonzeption ernannt. Wir haben drei Schwerpunkte, das ist die Literatur, das ist die kulturelle Bildung und der Infrastrukturschwerpunkt, der so vom Gemeinderat auch beschlossen worden ist, ist ein Konzertsaal. Es gab dann eine Machbarkeitsstudie, die in Auftrag gegeben wurde vom Gemeinderat 2014 und diese Machbarkeitsstudie 2015 hat den Bedarf an einem Konzertsaal nachhaltig bestätigt. Es wurde ähnlich vorgegangen, es wurden die Bedarfe abgefragt, sowohl bei den Chören, bei den Orchestern, aber auch bei Konzertveranstaltern, bei allen, wir haben auch zahlreiche Musikfestivals hier, auch das wurde überprüft und es wurde festgestellt, dass die vorhandenen kleineren Säle, die wir haben, wie zum Beispiel in dem sie hier auch sitzen, der Museumssaal, dass die lediglich ein Bedarf bis maximal 200 Plätze decken und die größeren Säle wie der Festzahl der Universität 921 oder die Stiftskirche 1400 Plätze, die entsprechen nur eingeschränkte Bedürfnisse an Größe und Ausstattung. Das heißt, ich nehme zum Beispiel in der Stiftskirche kann nicht unbedingt jedes Konzert stattfinden, hat auch von der Ausstattung jetzt die Stiftskirche möchte vielleicht da kein Popkonzert haben, die Gemeinde und es ist natürlich auch von der Ausstattung von der Bühnentechnik her zum Beispiel nicht ideal. Die Universität der Festzahl, das wissen sie alle, das ist nicht einfach zu bekommen und ist hauptsächlich reserviert für Veranstaltungen der Universität und man muss auch, wenn man den anbieten will, einen dementsprechenden Preis bezahlen. Was war die Konsequenz damals 2015? wurde das eigentlich bestätigt, dass der Bedarf vorhanden ist. Das hat auch dazu geführt, dass sich, wir hören nachher vom Verein, dass sich ein Verein gegründet hat, ein Saal für Tübingen, der dieses Projekt vorantreibt, der auch gesagt hat, er wird Geld sammeln, er stellt da 5 Millionen Euro, wird er sammeln zur Verfügung, er kann aber natürlich erst wirklich in das Sponsoring kommen, wenn wir auch einen Standort haben. Wir im Fachbereich Kultur haben inzwischen eine Projektstelle eingerichtet, die nochmal die Bedarfe genauer prüft, die auch ein Nutzungskonzept erarbeitet. Das ist der Matthias eben, der auch hier ist, der unser Projektleiter für das Bachfest war und der aber auch dementsprechende berufliche Erfahrungen schon hat, dass er das sehr gut beurteilen kann. Und das war jetzt das Stichwort Bachfest. Das Bachfest hat uns als einen der Veranstalter der Stadt nochmal darin bestätigt, dass uns eben diese mittleren, diese Saalgröße, also zwischen 400 und 650, dass uns das tatsächlich fehlt, das hat sich im Bachfest bewahrheitet, das haben wir da gesehen. Ich habe hier nochmal geschrieben, das ist ein wichtiges Anliegen, wir haben als ein der Schwerpunkte in der Kulturkonzeption die Literatur, aber Tübingen war und ist schon immer eine Stadt der Musik, eine lange Tradition, gerade auch der Kirchenmusik und eine beeindruckende riesige Vielfalt, der Herr Ehm hat sich gerade wieder dran gemacht, wirklich alle auch Hester und Chöre aufzuführen, wir kommen inzwischen auf fast 50 Orchester und nahezu 100 Chöre, das sind zwar die Kirchenchöre, die Schulchöre und so weiter mit eingerechnet, aber das beruht auf einer breiten Basis, auf einer langen Tradition und es sind eben nicht nur die Chöre und Orchester, wir haben die Jazz- und Klassiktage als Musikfestival, wir dass man wenn man die nötigen Räumlichkeiten hätte auch noch mehr veranstalten kann, ich habe Ihnen hier Fotos mitgebracht, da der Reunterricht funktioniert, also das große, das ist die Musikschule, Orchester der Musikschule, dann unten von Ihnen aus wir sehen links, das ist das Eröffnungskonzert der Jazz- und Klassiktage, wo muss es stattfinden, im LTT, weil wir keinen geeigneten Raum haben, zwischen noch mal eine Jazzband und dann sieht man hier auch das Eröffnungskonzert des Bachfests, dieses Konzert in der Schichtskirche, wo man aber auch noch mal sehr deutlich sieht, dass das natürlich keine klassische Konzertsituation ist, also von dem Standard aus klicken Sie auf den Ländner, die Bühne in dem Sinne ist da ist auch viel zu wenig Platz zwischen Ländner und den ersten Reihen, also diese Räume haben alle ihre Schwierigkeiten, es sind keine klassischen Konzertsäle und das darf ich vielleicht auch noch mal sagen, wir als Stadt dieser Größe mit diesem kulturpolitischen Anspruch bräuchten wirklich einen Konzertsaal, wo wir Konzerte in dieser Art stattfinden lassen könnten. Das habe ich genannt, ein Konzertsaal muss klingen, es geht heute um die Nachnutzung des U-Land Bades. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, als Leiterin des Fachbereichs ist mir weniger der Standort wichtig, sondern es ist mir wichtig, dass dieser Standort gewisse Kriterien erfüllt und das muss geprüft werden. Das können wir noch nicht sagen, wie das mit dem Konzertsaal am Standort U-Land Bad aussieht. Es gibt bestimmte Kriterien, natürlich wie die Machbarkeitsstudie auch festgestellt hat, es sollte schon ein 650er Saal sein. Ganz wichtig sind allen Musikern die akustischen Anforderungen und nicht nur in Tübingen, das verfolgen sie jetzt, in München baut einen neuen Konzertsaal, bekanntesten ist die Elfin Marmonie. Es ist wichtig, dass die Akustik in so einem Saal stimmt, da muss das Verhältnis zwischen Orchester und Größe und Raumvolumen stimmen, es muss eine flexible und ausreichend große Bühne da sein, die auch in einem Chorkonzert die Menschen schafft, die da drauf müssen, aber wir brauchen auch Nebenräume, wir brauchen eine Hinterbühne, Lagenräume, Garderoben, etc. Wir haben da Kriterien vorgegeben, ich denke, da wird Herr Söke nachher noch mal drauf eingehen, das muss erfüllt sein, Technik, Erschließung und Anfahrt ist ein wichtiges Kriterium und wir hätten gern auch ergänzende Nutzungsmöglichkeiten geprüft, das soll ein Saal werden, der nicht für alle nutzbar sein muss, aber zum Beispiel wir haben nächstes Jahr die Pentagung hier in Tübingen, die dort stattfinden könnte, also es könnten auch wirklich andere oder was weiß ich auch mal ein Abiball, also verschiedene Nutzungsmöglichkeiten sollten geprüft werden, das wäre sicherlich ein Zusatz und der daraus entstehen kann. Und noch ein Satz zu diesem Bild, das ist der Bach-Chor in der Schriftsturke, wo Sie sehen, wie beengt das auch ist. Der Dirigent steht hier ja eigentlich in der ersten Reihe, die dann leer gemacht muss und es drängen sich sowohl hinten der Chor in mehreren Reihen als das Schriftsturke so viele Personen fasst. Es ist kein Konzertsaal in dem Sinne, sondern hat damit auch erhebliche Schwierigkeiten und ich glaube dieses Bild gibt aber auch noch mal eindrucksvoll wieder tatsächlich bei einem großen Konzert wie die Zahl der Musiker auf der Bühne aussehen kann und was das dann doch für besondere Anforderungen erfüllen muss. Das habe ich auch ein bisschen länger geredet als ich vorgehabt habe, aber das hat mich jetzt die Leidenschaft für das Anliegen mitgetragen. Mir ist es wichtig, uns geht es nicht darum, in der Kultur jetzt irgendwie die Schwimmer gegen die Musiker auszuspielen. Uns ist es wichtig, einen guten Standard für den Konzertsaal zu haben, der diese Anforderungen erfüllt. Wenn das im U-Land-Bad gewährleistet ist, dann ist das für uns eine gute Lösung und wir hätten das sehr gerne aber geprüft. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank, Herr Weizenegger, der knüpfe ich an an der Stelle. Tatsächlich geht es bei den Diskussionen, die wir dort führen, ich glaube, das ist aber inzwischen deutlich geworden, nicht darum, dass das U-Land-Bad geschlossen werden soll oder zugemacht werden soll, weil dort unbedingt Platz für einen Konzertsaal zu finden, zu suchen ist, sondern der der Gedankengang ist ein anderer gewesen. Der Gedankengang ist gewesen, wenn das U-Land-Bad oder wenn die Stadt sich kein drittes Bad leisten kann, gibt es eine vernünftige, eine würdige, eine sinnvolle Nachwuchsung für das U-Land-Bad. Wir versuchen, das, was wir in dieser Vorlage, die meisten von Ihnen werden Sie vielleicht schon kennen, wenn nicht, sie ist auch im Internet, einfach verfügbar, diese Vorlage ausführlicher dargestellt haben zu den Machbarkeitsuntersuchungen oder Standortprüfungen für den Konzernsaal, versuchen, einen schnellen Durchlauf darzustellen. Wir haben sechs Varianten untersucht, mit denen wir uns beschäftigt haben, immer mit einer erheblichen Größenordnung, die sehen Sie oben so ein bisschen in so einer kleinen Schemadarstellung oben rechts dargestellt. Ich glaube, das Ding ist durch. Ah, das funktioniert wieder. Also wunderbar. Heim in der Hände. Das hier ist die Europaplatz-Variante Seite 1, Anlagenpark da oben, das ist das Gebäude, das derzeit noch dem Land gehört und vom Land genutzt wird, also an der roten oberen Ecke des Europaplatzes, außerhalb des Baufensters. Das Baufenster für den Europaplatz in der neuen Darstellung wird sich in dem Bereich befinden oder leicht reinragen an der Stelle. Diese Variante hat durchaus ihren Charme für uns. Es ist nah am Anlagenpark, sieht man sofort, ist in einer neuen zentralen Achse, die wir heute noch noch nicht so richtig kennen, aber die Achse, die dann in Zukunft vom neuen Bahnhof führen wird zum U-Land-Denkmal, hat den kleinen Schönheitsfehler, das Gebäude uns noch nicht gehört, das Grundstück uns noch nicht gehört, dass dort auch Nutzungen stattfinden, dass die auch noch auf einige Jahre stattfinden werden an dieser Stelle und das muss man auch dazu sagen, dass es zwar ordentlich Platz gibt drumherum, aber dass man schon dann in einer Ecke ist, wo man logistisch sich vorher sehr genau überlegen muss, dass man davor alles entwickelt und baut, also es integriert in die Entwicklung des Europaplatzes, von dem Sie hier übrigens jetzt nur ein Bild sehen. Also der Europaplatz wird sich sicherlich noch viele Diskussionen in Tübingen führen, ob der dann nachher so aussieht, das ist mal eine Fassung und eine Variante, das kann auch ganz anders aussehen, die jetzt ganz bewusst auf den Konzertsaal zugeschnitten ist. Das ist die Spielform davon, das ist die Variante dann zu sagen, wir könnten das Ganze uns aber auch mittig vorstellen an dieser Stelle, also quasi in zentraler Achse auf den Anlagensee raus, auch wieder dann mit einer Reaktion der Gebäude drumherum, da oben sehen Sie noch das Gebäude, das jetzt vom Land genutzt wird, in der Form der zur Orientierung, das hier ist die AOK. Auch diese Variante hat, da gehören uns die Grundstücke, sind sie stets zur Verfügung, man könnte es in der Europaplatzentwicklung so mitbedenken, wäre durchaus eine realistische Variante. Wenn man das tun wollte, müsste man es aber auch sehr früh entscheiden, dann müsste sich klar werden, wir werden in diesem Jahr anfangen mit dem Europaplatz, mit dem Umbau, wir werden spätestens im nächsten Jahr eine große Diskussion über den Städtebau und die Nutzung an der Stelle auch einsteigen und dann sollte man das wissen, also nachher einen Konzertsaal dann reinzuplanen, funktioniert nicht, sondern man muss dann eigentlich, dann ist das das Hauptgebäude an dem Platz oder an dem Ort und dann würde sich das andere dem unterordnen, würde auch bedeuten, dass man es dann vermutlich relativ zügig machen sollte. Die Adresse ist toll, wir sind am Europaplatz sicherlich an einer der zentralen Stellen in der Stadt, das hier gilt für den Standort nicht, dafür hat er ein paar andere Qualitäten, wir sind beim Neuen Technischen Rathaus, da gibt es jetzt eine leichte Gefangenheit bei mir an der Stelle aber wirklich auch nur eine leichte, weil man da hinten in diesem Bereich, das sehen Sie bei dieser Variante, ein neues Baufenster auch reinstellen könnte für einen Park, der größte Nachteil dieses Standortes wäre an unserer Analyse, dass er in zweiter Reihe ist, also die Brückenstraße ist zwar schön und ich verbringe meine Tage, aber die erste Reihe ist eigentlich erkennbar, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann mit dem Point, der Stein hier, die Windelstraße vorne, deshalb ist in dieser Version, die Sie hier sehen, nur ein Versuch gemacht worden, sozusagen aus der zweiten Reihe hinten am Technischen Rathaus eine erste Reihe zu machen, indem man dann so eine Durchwegung hier konstruiert hat, die dann zu Philippsstraße und zur Bushaltestelle am Clubhaus führt. Ein großer Vorteil dieses Standorts, den will ich auch nicht verhehlen, ist an der Stelle, dass er relativ frei ist von Kausalketten, also er ist nicht in irgendeiner Grundentscheidung noch eingebunden, sondern er steht zur Verfügung, man könnte ihn dafür nutzen, man muss ein paar Parkplätze und ein paar andere Fragen lösen, aber das ist tatsächlich einer der entscheidenden Vorstellungen. Für die gibt es noch eine zweite Variante, die ist dann nicht so stark in den Park reingerückt, sondern sitzt dann mehr an der Brunnenstraße, mit der wir uns auch noch ein bisschen beschäftigt haben. Die Variante hat uns tatsächlich einige Zeit beschäftigt, sehr intensiv. Balmer hat eben schon mal angesprochen, dass wir vor ein paar Jahren eine Diskussion zu einem Sparkassenkarree hatten, wo es um diese Schlechtsaal ging. An der Stelle nochmal, das wäre übrigens auch kein Konzertsaal gewesen, der Art, wie wir ihn jetzt vorgestellt haben, sondern es wäre ein Veranstaltungssaal gewesen. Wir reden jetzt hier über eine andere Dimension. Hier haben wir jetzt mal versucht, in dem verfügbaren Grundstück am Museum jetzt hier wirklich sehr schräg, kann ich kaum zeigen. Sie sehen es selber besser, als wenn ich jetzt mit dem Pointer hier um die Ecke um die Ecke biebe. Wir haben versucht, in dem verfügbaren Grundstück am Museum, also direkt nördlich hier von diesem Grundstück, in diesem Zwickel, wo heute das Komette steht und diese kleinen, eingeschossigen, anderthalbgeschossigen oder zweigeschossigen Gebäude aus den 50er Jahren, die dann abzubrechen und an dieser Stelle ein neues Baufenster zu sehen. Das passt sich in den Alten Botanischen Garten ein. Also die Wegeführung des Alten Botanischen Gartens war uns dabei heilig, ist auch meine Überzeugung, der Alten Botanischen Garten ist keine Fläche, in die man irgendwie reinbauen kann in Tübingen, sondern die muss man respektieren. Das geht nicht anders an dieser Stelle. Die interessanteste Position dieses, oder der interessanteste Vorteil dieses Standorts ist aus unserer Analyse gewesen, natürlich die Kombination mit diesen Sälen hier an der Stelle. der Gedanke ein großer Saal und dann kleinere Säle, die hier nutzbar sind im Museum, mit der Idee dahinter, es könnte dann auch eine Konferenzsaal oder ein Konferenzzentrum irgendeiner Art sein und eine Mehrfachnutzung war charmant für uns. Auch die Lage zwischen Universität und Altstadt ist sicherlich eine sehr gute Lage, ein sehr zentraler, sehr zentraler, sehr sichtbarer Standort. Der größte Nachteil ist tatsächlich seine Eingezwängtheit. Er ist logistisch, das sieht man hier drauf gar nicht so sehr. Er ist logistisch der mit Abstand komplizierteste von allen, sind so bei allen die Themen Denkmalschutz, sowohl Altstadt, als auch dieses Gebäude, Anfahrbarkeit. Jetzt wirkt es noch relativ nett, wenn aber mal in einer Regionalstadt, wo auch in der Innenstadtstrecke, hier vor der Haustür fährt, wird das alles sehr viel komplizierter, Tiefgarage und sowas ganz kompliziert und das Baufenster ist eigentlich auch deutlich zu klein. Das kann man dann kneten und gucken, kriegt man das in der Höhe, das sehen Sie dem an. An der Stelle nochmal das, was ich am Anfang gesagt habe, das sind erste Skizzen. Das sind, ich sage es vielleicht nochmal ganz deutlich, das hier ist keine Architektur, sondern das ist eine städtebauliche Untersuchung, die ich Ihnen zeige, die man mit groben Baumassen arbeitet. Das kann natürlich keine Architektur sein, was Sie hier sehen. Und das gilt natürlich auch hierfür. Das ist der Punkt, über den wir jetzt am intensivsten wahrscheinlich heute noch reden werden. Das ist eine erste Prüfung, ich sage es auch ganz bewusst, eine erste Skizze könnte das möglich sein am Unabort als Nachfolgenutzung mit einem Gedankengang, den Frau Weizenegger eben schon gesagt hat, alle Nebenräume, alle Foyerräume, alle Räume, die man braucht bei Amazon-Konzernseite, die mindestens, ich sage mal, die Größenordnung 50 Prozent der verfügbaren Fläche ausmachen eines solchen Raumvolumens, die alle im alten historischen Unabort und dann auf der Südseite, auf der Fläche, die Sie alle kennen, der Parkplatz zwischen AOK und dem Trautweilgebäude, dann einen Anbau, wirklich nur eine allererste Skizze, ich zeige Ihnen gleich auch noch einen Schnitt an der Stelle, in dem dann der eigentliche Saal drin ist. Noch fangen wir mit den Nachteilen an und mit den Schwierigkeiten, wir haben, glaube ich, noch nie eine Vorlage geschrieben, ich habe es im Gemeinderat schon gesagt, die so viele Fragezeichen beinhaltet hat, wie diese Vorlagen, die wir haben und alle diese Fragezeichen sind gar nicht so sehr, ich sage mal, ein Fünftel der Fragezeichen sind zum Thema Bad gewesen und vier Fünftel der Fragezeichen sind zu diesem Standort gewesen, weil wir wissen das heute noch nicht, ob dieser Standort tatsächlich so, wie man sich das vorstellt und wie Frau Weizsinger es gerade dargestellt hat, 100%ig so funktioniert als Konzertsaal. Was wir wissen ist, es könnte gelingen, dort an dieser Stelle ein Konzertsaal zu bauen, es wird auch sicherlich gelingen und die Frage ist, wie weit sind wir von den Anforderungen entfernt? Schaffen wir sie, schaffen wir sie nicht? Was ich Ihnen heute deshalb erzählen kann, ist einfach mal grob, was diese Skizzen darstellen, es ist kein Entwurf, es ist keine Planung, es ist der Versuch auf drei Geschossen, das kann man, probiere es mal hier zu zeigen, da geht es, ja, das funktioniert auf drei Geschossen, an dieser Stelle, diese 650 Sitzplätze, hier kann man es ein bisschen erahnen unterzubringen, es gibt ein Erdgeschoss eben, es gibt einen größeren Rang und dann gibt es hier oben nochmal eine Balkonsituation dort oben drüber, wirklich nur eine erste Skizze, Durchgänge durch den Beckenbereich dort an der Stelle, man kann es hier sehen, glaube ich in dem Schnitt, schwer zu zeigen, an dem Punkt und dann alle Nebenräume in diesen Baukörper hier untergebracht, es geht nach meiner Überzeugung nur, wenn wir einen Teil des benachbarten Wohnstücks hier kaufen können, hier hinter gibt es zur Zeit einen kleinen Anbau, darüber müssen wir sprechen und der funktioniert uns, wir werden auch hier hinten mit der Fläche hinterm U-Landbad uns beschäftigen müssen. Das sind die Herausforderungen, die Herausforderungen sind vor allem die Verbindung von Alt und Neu an der Stelle, scheint uns machbar, mit dem Denkballschutz haben wir gesprochen, der begrüßt das grundsätzlich, hält das für eine machbare Variante, für eine machbare Lösung, ich glaube auch der Standort an sich in seiner Zentralität ist gut, die wesentlichste Herausforderung ist, kommt man mit dem sehr, sehr knacken Platz, sehr, sehr knacken Raum an dieser Stelle aus und kriegt man auch die ganzen akustischen Anforderungen, die Frau Weiznäcker gerade genannt hat, an räumlichen Anforderungen, dort so in der Form, wie das von den Konzerts Befürworten gewünscht wird unter. Die wesentlichen Vorteile liegen auch in der Kausalkette, die meine Kollegin Daniela Herrscher im Anfang Ihnen erläutert hat, tatsächlich dann auch eine Verbindlichkeit für den Saal herzustellen, eine Nachfolgenutzung, eine sinnvolle Nachfolgenutzung des Urlaubplatzes mit all den uns bekannten Konflikten an der Stelle. Ich habe die Abwägung und das Resümee eigentlich schon vorweggenommen. Ich will nochmal ganz kurz aus der letzten Planungsausschusssitzung berichten und Ihnen sagen, wie es weitergehen würde. Wir haben die Vorlage, die ich gerade eben schon erwähnt habe, vorbereitet im Planungsausschuss. Wir haben sie aber tatsächlich noch nicht geschlossen, sondern wir haben sie formal, so nennt man das, bei uns in die Fraktionen verwiesen und haben gesagt, wir rufen sie wieder auf auf der Tagesordnung des Gemeinderates, wenn wir die Bürgerbefragung gemacht haben und wenn die Fraktionen sich auch nochmal inhaltlich mit diesem sehr komplexen Thema aus beiden Bereichen auseinandergesetzt haben. Das wird wahrscheinlich im März sein an der Stelle. Was ich schon angedeutet habe in der Sitzung, dass es nicht nur um die Frage gehen wird, das war unser eigentlicher Vorschlag, hier diesen Standort sehr intensiv zu untersuchen. Da glaube ich, wird es eine Mehrheit für geben. Ich glaube auch, dass das sinnvoll ist. Das ist der Vorschlag gewesen. Diese Frage, ist das tatsächlich für den Konzertsempfang uns vorstellen, geeignet oder nicht geeignet und wo sind die Linien, die wir dort ziehen müssen? Diese Frage werden wir nur dann beantworten können, wenn wir tatsächlich Geld in die Hand nehmen und Zeit in die Hand nehmen und das sehr intensiv untersuchen an der Stelle. Es gibt aus dem Gemeinderat auch noch den Wunsch, ich glaube, es wird sinnvoll sein, über mindestens zwei weitere Standorte so weit nachzudenken, dass man sie als Plan B vielleicht in der Tasche hätte. Das hat sich angedeutet, das ist hier an diesen Stellen. Nur darüber ist längst nicht so intensiv zu reden wie hierüber, weil hier werden wir sehr tief in die Architektur einsteigen müssen und auch sehr eng mit Frau Weizenberg und Frau Haasch zusammenarbeiten müssen und der Kultur zusammenarbeiten müssen, um dann nachher eine Antwort geben zu können, an der Stelle, dass dort ein Saal funktioniert, wissen wir. Ob er dann nachher der Saal sein wird, den alle für richtig halten, wissen wir noch nicht. Wir wissen das wahrscheinlich in ungefähr einem Jahr. An der Stelle geht, glauben wir, es ist sinnvoll, das zu untersuchen, weil es wirklich eine sehr, sehr gute Chance darstellen würde. Wenn man es nicht untersucht, wird man sich wahrscheinlich sehr lange fragen, ob es nicht die ideale Kausalkette gewesen wäre, die uns ermöglicht hätte, beide Projekte zu realisieren und auch verbindlich sehr schnell hintereinander zu realisieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir hören jetzt noch drei Stellungnahmen, und zwar vom Einzelnen für Tübingen, Herrn Professor Autenried, für die Stimpfereine, Herrn Fischer, und für den U-Land-Bad, wie das Problem, für den Verein Pro-Land-Bad. Die Frau Stoll, warten Sie noch eine Sekunde, Sie sind gleich dran. Wie bei allen Live-Veranstaltungen ist das Problem immer, dass man die Sentezeilen überzieht. Das ist jetzt auch schon passiert, wir wollten eigentlich schon fertig sein mit der Diskussion, aber was ich Ihnen jetzt trotzdem nicht erspare, kann Sie jetzt drei Minuten finanzen. Da müssen Sie durch. Mein Job als Finanzbürgermeister ist, Nein zu sagen. Das ist die wichtigste Aufgabe des Finanzbürgermeisters, das Nein sagen, damit am Ende die Stadt immer die Ausgaben, die nötig sind, erfüllen kann. Ich habe das die letzten zehn Jahre ziemlich intensiv gemacht. Ich habe gesagt, nein, wir können uns jetzt noch kein Konzertzahn leisten. Und in den letzten fünf Jahren habe ich auch gesagt, nein, wir können uns kein neues Bad leisten. Warum? Weil wir als Stadt aus einer Zeit kommen, in der wir viele, viele Altlasten aufgehäuft haben. Wir hatten kaputte Schulen, wir hatten kaputte Kinderhäuser, kaputte Straßen, das war erst mal alles abzuarbeiten. Und ja, ich kann sagen, wir sind jetzt so weit, dass wir da viele Hausaufgaben erledigt haben, vier Gymnasien saniert, das fünfte steht vor der Brust. Haken dran, der große Rückstand in der Infrastruktur unserer Stadt ist einigermaßen saniert. Meine Überzeugung ist, man kann sich Neues erst dann leisten, wenn das Alte einigermaßen gepflegt ist. Da könnten wir noch mehr machen, die Stadtbibliothek wartet noch, die Musikschule müssen wir jetzt noch anfangen. Aber ich bin bereit zu sagen, ja, wir haben Hausaufgaben so viel erledigt, dass wir uns jetzt auch Neues leisten können. In der Vergangenheit war ich strikt dagegen. Was dazu auch gehört ist, und es wird ja kritisch diskutiert, das Thema Wachstum, dass wir heute dreimal höhere Gewerbesteuereingaben haben als vor zwölf Jahren. Und das Übungen, was die sogenannte Nettoinvestitionsrate angeht, vor 15 Jahren noch im letzten Zehntel der 100 großen Kreisstädte in Baden-Württemberg waren, jetzt im oberen Drittel. Wir haben drastisch zugelegt, was die Investitionsfähigkeit unserer Stadt angeht, und es ist die Voraussetzung für alles andere. Das heißt aber nichts, das kennt man ja, wenn es dem Esel zur Wohle steht er aufs Eis, dass man jetzt passen kann. Und ich habe gerade nochmal geguckt, die PLRG hat am Januar dieses Jahres eine Initiative Redet Unsere Bäder vor der Schließung begonnen. Jeden vierten Tag schließt in Deutschland ein Schwimmbad. Aus Finanznot der jeweiligen Stadt und Gemeinde. das Erste, was noch dicht macht, wenn das Geld ausgeht, ist ein Bad, weil das so wahnsinnig viel Ertrag bringt. Das wissen Sie, Einsparung sicher am besten. Wir leben ja in einer Zeit, wo Bäder ständig geschlossen werden. Jeden vierten Tag. Die Stadt Pforzheim mit 140.000 Einwohnern hat kein Hallenbad mehr, weil sie es sich nicht leisten können. Und deswegen sage ich als Finanzbürgermeister klipp und klar Nein zu drei Hallenbädern in Tübingen. Das geht mit mir nicht. Mit mir nicht, dagegen werde ich immer kämpfen. Drei sind nicht bezahlbar. Das ist nicht verantwortlich angesichts anderer Aufgaben. Ich sage ganz klar Ja zu allen Konzepten mit zwei Hallenbädern und einem Konzertzahlen. Dazu sage ich Ja, aber nicht drei Hallenbäder und ein Konzertzahlen. Das ist eindeutig eine Überforderung der städtischen Finanzen. Dieses Ja zu zwei Hallenbädern und einem Konzertzahlen ist in verschiedensten Varianten für mich völlig in Ordnung. Das kann sein ein U-Landbad und ein erweitertes Nordbad. Das kann sein ein Konzertzahlen-U-Landbad und ein neues Hallenbad im Süden. Das kann sein ein neuer Konzertzahlen an anderer Stelle und eine wirtschaftlich neutrale Nutzung des U-Landbades mit zwei neuen Hallenbädern. Denken Sie viele Varianten. Also der Vorwurf, ich sei festgelegt, würde genau eine Sache verfolgen, stimmt nicht. Aber was ich wirklich verlange, ist, dass wir verantwortlich mit den Finanzen unserer Stadt umgehen und uns nicht Luftschlösser bauen. Wunschkonzerte spielen, bei denen wir nachher in fünf Jahren fragen, wie konnte das passieren, wie konnte man so viel Geld ausgeben und jetzt stehen wir da in der nächsten Wirtschaftskrise und wissen nicht, wie es weitergehen soll. Das ist mein Plädoyer und das heißt, aus meiner Sicht für die Badfrage, entweder behalten wir das U-Landbad und begnügen uns dann mit weniger Wasserflächen durch ein erweitertes Nordbad. Da kann man schon ganz machen, sechs Bahnen geht da auch noch hin, auf den Parkplatz. Aber sind dann zufrieden mit weniger Funktionalität für die Schwimmer? Oder aber wir verzichten auf das U-Landbad und werben dann deutschlandweit die Platz mit dem besten Schwimmunterricht. Das habe ich jetzt gelernt. Wenn wir das machen, das Handelbad Südbau und sind wir Spitzenreiter in Deutschland mit der Schwimmunterrichtsversorgung. Diesen Spitzenplatz in Deutschland wünsche ich mir für unsere Stadt, wie viele andere Spitzenplätze. Wir sind Spitze bei der Kinderbetreuung in Deutschland. Wir sind Spitze beim Klimaschutz in Deutschland. Wir sind Spitze bei der Mobilität ohne Auto. Wir sind die Ersten mit Bürger-App. Wir sind die Ersten mit kostenlosen Zahnbergsbus. Mein Ehrgeiz als Oberbürgermeister ist über all die Spitzenposition in Deutschland zu erinnern. Aber mehr als diese Spitzenposition mit 1,1, die wir da gerade gehört haben, ist nicht drin, kein 50 Meter Decken und keine 3,5 Meter. Das ist meine Position als Finanzbürgermeister zu dieser Frage. Und dann habt ihr immer noch viele, viele Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb dieses, meiner Meinung nach, realistischen, finanziellen Corsales. Und jetzt hören wir die drei Stellungnahmen. Professor Augenlid, the floor is yours. Ja, lieber Oberbürgermeister, liebe Stadtspitze, liebe Vertreter, liebe Gemeinderats, liebe Tübinger, ich bin auch einer. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier kurz zu sprechen. Mein Name ist überhaupt nicht wichtig. Ich bin Mitglied des Vereinseinzahlen von Tübingen und bin sonst auch im normalen Leben Arzt und Hochschullehrer hier in der Universität. Ich habe vier Kinder, die haben in Tübingen übrigens schwimmen und musizieren gelernt. Deswegen passe ich perfekt mit die Veranstaltung hier. Kurz nochmal zu den Fakten, die Musik betreffen. Übrigens, eine Spitze ist natürlich auch die Universitätsspitze. Das ist jetzt Universität. Das wüsste ich jetzt sagen. Und zweitens, wollen wir natürlich auch die Musikspitze sein. Kurz zu den Fakten. Tübingen hat über 40 Chöre, mehr als 20 Musikvereine, Orchester, sieben Sinfonieorchester, eigene städtische, mehr oder private Musikschulen, fünf oder mehr musikalisch aktive Gymnasien, die Hochschule, für Kirchenmusik, das Musikwissenschaftliche Institut, sowie zahlreiche Musikfestivals, Chess, Klassik-Tage, Fielding-Festival, etc. Und dennoch, Konzerte für Amateur- und Profimusiker finden in dieser Stadt, die großartige Stadt, keinen adäquaten Konzertzahlen, nur praktisch von Fahrt, als ergebildet hat. In Tübingen gab es diese 2015 profizierte Machbarkeitsstudie, die neben möglichen Standards auch die Auslastung, die Kosten, Betriebskosten, Verbau, Betrieb eines Konzertzahlen analysiert hat und auch bewertet hat. Die Tüte belegt, erstens, wir holen noch mal, dass der Bedarf für eine Konzertzahl verdient, die mehr als 4.000 musizierenden Lungen und wachsenen Tübingen und die professionellen Akteure der Klassik- und Jazzszene und durch das starke kulturelle Interesse unserer Stadt, unserer Wirtschaft gegeben ist. Und zweitens, was ganz wichtig ist, die wirtschaftliche Auslastung eines Konzertzahlen mit 650 Plätzen ist ohne weiteres gegeben. Und ein Konzertzahlen in Tübingen mit professioneller Ton- und Bühnentechnik, aber gerade auch schon gehört aus einiger Bühnengrößen, Nebenräumen, insbesondere exzellente Akustik, flexible Raumstruktur, ästhetische Formsprache, Elbphilharmonie, München, Läden. Schließt also nicht nur die gravierende Bedarfslücke für die Aufführungsmöglichkeiten von Konzerten, sondern es kann überdies auch für Tanz- und Festveranstaltungen, Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen oder Tagungen und Kabarett benutzt werden, wie Sie zum Abiball. Kurzum, ein Konzertzahlen in Tübingen ist ein absolut sinnstiftendes Wagenzeichen für die Kulturstadt Tübingen und kann ein Nukleus für langfristige kulturelle, aber auch wirtschaftliche Entwicklungsstadt werden. Das ist nämlich auch ein wichtiger Aspekt. Und deshalb begrüßen wir den Grundsatzbeschluss, der Stadt und des Gemeinderands den Konzertsaal zu bauen und Planungsmittel läuft ja derzeit für die Standardprüfung bereitzustellen. Folgendes wurde vereinbart. Ihr Sieß. Der Beschluss ist, so wie wir es im Gemeinderat auch besprochen haben, eine konditionale Zusage. Der Saal soll gebaut werden. Der Verein, ein Saal für Tübingen, der 2015 gegründet worden ist, betreibt Fundraising. Das heißt, wir wollen Geld beschaffen und auch mitfinanzieren an diesem Saal. Durchaus signifikant. Bürgerengagement im besten Sinne kann auch bei anderen Projekten so sein. Bevor wir aber in diesem Sinne aktiv werden können und bevor das geschehen kann, muss, und das ist auch Teil des Beschlusses, die Standardfrage geklärt werden. Denn nur mit erstens der eindeutigen Zusage für den Bau und zweitens dem konkreten Bauort ist ein derartiges Unterfangen, also Fundraising, überhaupt möglich. Und die Standardfrage ist der dritte Punkt essentiell verknüpft mit den Anforderungen eines Konzertsaals. 650 Plätze und exzellente Akustik. Akustik, Fürst, wäre überhaupt ein Motto für diesen Saal. Das hat auch die kürzliche Reise nach Zürich, auch da eine ganz unkönnen Halle, die sogenannte Magertonhalle, ergeben ist. Das absolute Muss für einen Saal, der dann auch erfolgreich wirtschaftlich benutzt. Und im Übrigen sind die ausreichende Bühngröße, ausreichende Nebengröße, ausreichendes Foyer. Das geht nämlich in der Universität im Festzahl eben nicht. Und eine angemessene Verkehrsanbindung, Erreichbarkeit, Verfügbarkeit des Baugrunds und ein relevanter Horizont, der nicht an allzu viele Konditionalitäten, wie wir es gerade schon gehört haben, das an der Baugrund gar nicht gehört, geknüpft sein kann. Die Stadt hat zugesichert, da sind wir sehr froh darüber, dass alle hierfür ernsthaft in Frage kommenden Standort, der aus dem Museum Schindelstuben und Oberrat Ullenbad geprüft werden. Bis hierher sind wir uns glaube ich auch alle sehr einig. Nun ergibt sich die ebenfalls hier vorgetragene und aus der Sicht der Stadt völlig nachvollziehbare Momentum, die Überlegung, dass die Opportunität Ullenbad vor dem Hintergrund eines zu verschwindet, wie sie gerade ausgeführt haben, und das Unterhaltskosten zu einem Plan führen könnten, zwei Bäder, Einzahl im oder anderen Bad. Als Arzt habe ich in meinem Leben gelernt, erst die Diagnose und dann die Therapie. Und deshalb im jetzigen Prozess in die Meinungsbildung und gar Abstimmung per App wird der Verein deshalb ganz klar die Meinung nicht nur, weil ich Arzt bin und weil ich erst Diagnose und dann Therapie möchte, dass eine Umfrage vor dem Prüfergebnis der Standort gemäß den berührenden die hier definiert sind und auf dem Tisch stehen kaum oder wenig sinnvoll ist. Eine Umfrage, nachdem das Prüferegnungsverhältnis eine Umfrage, nachdem das Prüferegnungsverhältnis vorliegt, kann der Weg sehr, sehr sinnvoll sein und den Gemeindemann und die Stadt sinnvoll unterstützen. Eine Befragung, das weitere Punkt ist natürlich auch nur dann sinnvoll, wenn sie ausreichend informiert, erfolgt und tatsächlich machbare Alternativen benimmt. Wenn sich nämlich ergibt und Herr Zöger hat das gerade auch so viel und ein Beispiel, dass vielleicht entweder ohne nähere Information abgestimmt wird oder zweitens nach der Prüfung im Anschluss an die Abstimmung sich herausstellen sollte, dass die Grundlage für einen Standort entfällt, dann kann eigentlich dieses, was ja grundsätzlich positiv ist, diese Mitbestimmung, die wir auch unterstützen, per App. Und das Einbeziehen uns als Bürger, weil es motiviert und das Politikverständnis hier motivieren wird, dass das auch zur Enttäuschung führt. Wenn wir bestimmte Dinge vorwegnehmen, die hinterher nicht haltbar sind, über was abstimmen, was hinterher sich vielleicht als gar nicht machbar erweist, dann kann es auch zu frustrieren, Frustration finden. Und im Übrigen auch das, ich habe in meinem Bekannkreis und mein Vater wird es dieses Jahr 23,90, Makula hat die Generation sieht schlecht, hört aber gut, ging auch letzten Samstag zum Konzert. Der hat bei dieser Form der Information Schwierigkeiten. Also ich mache mir schon Sorgen, ob wir auch bei dieser Art der Information hier sitzen, 0,5, aber eben nicht die Zahl der Bürger, die wir sonst haben, wenn wir Wahlveranstaltungen machen, oder sie Wahlveranstaltungen machen, dass wir dort auch alle tatsächlich erreichen. Also noch einmal zur ersten Diagnose, dann die Therapie, kein Jungding. Konkret erstens Standardprüfung Konzertzahlen, zweitens detaillierte Informationen über das Ergebnis an die Tübinger Bürgerschaft und dann drittens Abstimmung gerne auch per App. Und selbst dies, liebe Mitglieder des Gemeindenarfs, entbindet sie nicht vor ihren Aufgaben, ein Konzertzahlen ist komplex. Das ist eine ganz komplizierte Angelegenheit und es ist sicherlich eine gemeinsame Aufgabe von der Stadtverwaltung, des Gemeinderats, aber auch von Unterwegsberatern und der Kulturszene in Tübingen. Wir haben vollstes Vertrauen in die Funktionalität unserer repräsentativen Demokratie in Tübingen, also in die Pluralität des Gemeinderats. Denn Musik, das ist auch klar, hat nichts mit Politik, nichts mit rechts oder links zu tun, sondern es ist ein tiefes Grundbedürfnis jedes Menschen, ein Ausdruck der Kommunikation zwischen den Menschen. Eine Ausdrucksmöglichkeit für die Menschen. Und Musik ist unserer Meinung nach nicht nur Musik, sondern es ist eine unifälle Sprache, eine interkulturelle Kommunikation, Kommunikation mit Menschen verbindet. Und die integrierte Musik braucht Raum. Früher übrigens, das bin ich gleich zu Ende, vor 30.000 Jahren war das von Urtypingen quasi in der Höhne hier, nämlich, das hat ja Nikolaus Conard die erste Knochenflöhe in der Nähe ausgegraben, auch angefangen, dass die Urtypingen in der Halb. Damals haben sie eine Höhne musiziert, heute ist das nicht mehr angemessen, würde man sagen, wie auch ein professionellem Konzert sein. Tübingen ist eine großartige, eine wohlhabende Stadt, Freigestatterkultur, des Geistes, aber auch des Sports in vielen Gesprächen mit Medienbeigunden und auch Medienbeigungen der Zeitung, aber beschleicht mich so das Gefühl, was wir verweiten sollten, dass es erstens mal eine Auswandinformation zu beiden Themen gibt, Saal und Bad und zweitens sollen die Projekte nicht gegeneinander anreden, das ist kein Sinn von Beide. Abschließend, die Stadt braucht beides, Musik und Sport, die Menschen brauchen beides Musik und Sport, die Stadt schafft beides, Saal und Bad für Jungen und Alt. Vielen Dank. Applaus 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 Vielen Dank. So, guten Abend, liebe Tübingerinnen und Tübinger. Wir haben jetzt viele Zahlen und Fakten gehört. Jetzt geht es weiter mit Fakten, aber nicht mit Zahlen, sondern mit Bildern. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Zunächst möchte ich aber sagen, dass ich mich sehr freue, dass ich nicht für den Tübinger Schwimmverein hier stehe, sondern für den Arbeitskreis Bäder. Der Arbeitskreis Bäder hat sich 2016 konstituiert und eine seiner zentralen Aufgaben war, ein nachhaltiges Bäderkonzept für Tübingen zu erarbeiten. Und das hat er auch getan. In dem Arbeitskreis ist zunächst mal die Stadtverwaltung, die Stadtwerke, die DLRG-Ortsgruppe Tübingen, vertreten heute durch den Vorstand von Feuerkländen, die Präventionsgruppen, ein Verein mit weit über 2.000 Mitgliedern, immer auf der Suche nach Wasserflächen für ihre Kursangebote, vor allem im Gesundheitsbereich. Der Post SV Tübingen mit seiner prosperierenden Triathlon-Abteilung. Heute vertreten wir den Herr Öhrlichmann. Der Tübinger Schwimmverein und seinen ersten Vorsitzenden Thomas Fischer. Auch 1.000 Mitglieder und ein Kooperationspartner für das Projekt Schwimmen für alle Kinder. Ich sehe gerade Herrn Müller und dem Projekt, ein sehr unterstütztes Projekt, auch in Tübingen, ein bekanntes Projekt. Außerdem ist die Volkshochschule in dem Arbeitskreis vertreten. Unideif, einer der größten Tauchklubs von Deutschland, ausgezeichnet vom Württembergischen Landessportfunk, besonders für sein ehrenamtliches Engagement. Der sich auch sehr in den Arbeitskreis einträgt, aber leider kein Training in öffentlichen Bädern hier anbieten kann. Beziehungsweise keine Zeit bekommt, um in öffentlichen Bädern hier trainieren zu können. Er muss ins Unibad ausreichen oder andere Trainingsmöglichkeiten suchen. Und dann die Rheuma-Liga, noch ein großer Teilhabe von dem Arbeitskreis, blädert über 2.500 Mitglieder, Vorstand sitzt hier, der Herr Müller. Er vertritt vor allem die Gesundheitsanwendungen, hat immer Probleme mit langen Wasserlisten für rezeptpflichtige Anwendungen im Wasser. Und der Herr Weg sitzt dort, Vorstand vom Stadtverband für Sport, er legt praktisch für uns das Meinungsbild aller Vereine in Tübingen ab. Und noch der größte Block, der vertreten ist hier, die Tübinger Schulen. So, also nicht Schlimmvereinen, sondern die breite Masse der Tübingen. Jetzt hieß es, ich habe 5 Minuten Zeit für die Stellungnahme. Ja, das ist ein sehr ambitioniertes Vorhaben, um ein 20-Millionen-Projekt zu pushen hier. 20 Millionen ist so die Hausnummer für dieses multifunktionale 50-Halbe-Wahl-Süd. Wenn mir das klappt mit den 5 Minuten, habe ich mir einen Zeitplan ausgedacht und würde gern mit Ihnen gemeinsam die 5 Minuten konstruktiv nutzen. Ich habe das in einen Minutenschritt eingetaktet, die erste Minute, die ist schon vorbei. Die zweite Minute, da würde ich kurz eine Probeabstimmung zu einer der Bürgerabfragen mit Ihnen machen. Und zwar nach der Frage, welche Länge soll das Becken in dem neuen Hallenbad haben. In der dritten Minute würde ich nochmal darauf eingehen, wer alles Hallenwälder braucht hier. In der vierten Minute nochmal ein paar Worte zum Multifunktionsbad. Und dann noch eine Validierung, die zweite Probeabstimmung. Wir sind in der zweiten Minute bei der Probeabstimmung. Das ist die fünfte Frage von der Bürgerabfragen. Welche Länge soll das Becken haben? Wir werden die drei Antwortmöglichkeiten haben. 25 Meter, 50 Meter oder ich habe noch keine Meinung. Ich bitte jetzt einfach ein Handzeichen. Wer ist für das 25 Meter Becken? Gut, oder auch nichts. Für das 50 Meter Becken, aber das sieht auch nicht schlecht aus, sogar besser fast. Wer hat noch keine Meinung? Ein paar Unentschlossene, die Wahl entscheidenden. Gut, das Ergebnis würde ich jetzt einfach so mal stehen lassen. Wer braucht Hallenwälder in Typen? Na, zunächst brauchen wir, wir knapp 90.000 Einwohner, brauchen die Hallenwälder und wir werden immer mehr. Dazu gehören auch 15.000 Schülerinnen und Schüler, auch zinten steigend. Vorhin wurde angesprochen, dass wir dabei sind, auch ein neues Gymnasium bauen zu müssen. Dann gibt es eine kleine Gruppe, die auch Trainingsmöglichkeiten im Hallenwälder braucht, unsere Feuerwehrtaugern, die Menschenleben retten wollen. Dann unser Schwimmverein, hier die Wasserballern, die Synchronschwimmerinnen, das sind Aufnahmen vom Tübinger Freibad, jetzt vom 3-Meter-Brett, die Synchronschwimmerinnen. Dann die kleinen Schwimmer brauchen mehr Wasserfläche, die großen Schwimmer brauchen mehr Wasserfläche, hier unsere Mannschaft bei den deutschen Meisterschaften. Und die ganz kräftigen Jungs brauchen auch mehr Wasserfläche. Das ist unsere schnelle 4x100 Meter Rückenstaffel, die es ab nächsten Monat nicht mehr gibt, weil einer davon wegen den besseren Trainingsbedingungen, wie viele andere Schwimmer vorher aus Tübingen, nach Sindelfingen wechseln wird. Aber nicht nur die Schwimmer aus dem Schwimmverein, die auf der ersten Bahn, sondern auf der zweiten Bahn die Triathlenen, auf der dritten Bahn DLRG und weiter hinten die Wasserballer und öffentliche Badegäste brauchen das neue 50-Meter-Hallenbad Süd, das den Bedarf wirklich deckt als einzige Variante von diesem Nord-Süd-Konzept. Die Aufnahme hat übrigens der Herr Ostas Janakidis gemacht, falls Interesse daran besteht. Wir haben im Schwimmverein DLRG am Start hier beim Freibad-Aktionstag letzten Oktober, bei dem erstmals in der Geschichte des Schwimmsportes in Tübingen alle Vereine zusammengekommen sind an einem Tag zu einer Stunde und gemeinsam trainiert haben, um für das 50-Meter-Hallenbad zu werden. Da sieht man hinten Wasserballerinnen von den Triathleten, die ins Wasser gehen und so weiter. Oder hier Taucher von unseren zwei Tauchclubs, die wir in Tübingen haben. Das Projekt Schwimmen für alle Kinder war vor Ort. Ganz wichtig, dass alle Kinder schwimmen lernen und es ist so wichtig für die Entwicklung der Kinder, dass sie auch erfolgreiche Erlebnisse haben und auch wirklich teilhaben können in unserer Gesellschaft. Die DLRG, wichtig, Rettungsschwimmausbildung, tolle Jugendarbeit, braucht mehr Wasserfläche. Dann unser Post-SV mit seiner Triathlon-Abteilung. Hier die erste Bundesliga-Damenmannschaft. Aber die Damenmannschaft ist ja nur die Spitze darunter. Da verbergen sich ja noch ein breiter Aufbau an verschiedenen Liga-Mannschaften. Hier sind einige davon beim City-Triathlon mittlerweile in Tübingen, denke ich, eine sehr interessante und begeisternde Veranstaltung der City-Triathlon, schon mehrfach jetzt ausgeführt. Und ich denke, er wird auch uns erhalten bleiben. Dann wieder eine ganz andere Baustelle, direkt vom Leistungssport zum Gesundheitssport, die Rheuma-Liga. Ich hatte schon gesagt, sogar 2.500 Mitglieder in Bottenburg und Tübingen, angesiedelt immer auf der Suche nach Wasserflächen, Langerartezeiten. Analoges gilt für gesundheitsorientierte Anwendungen der Präventionssportgruppen. Auch Sie bedauern, dass Sie nicht genug Kurse anbieten können. Gleiches gilt für die Volkshochschule. Die beiden Tauchclubs, Tauchclubs habe ich schon angesprochen, hier Triton und Unidive geht ins Wasser. Und nebenbei gibt es dann in den Vereinen auch noch mehrere gewerbliche Schwimmschulen. Alle diese wollen ins Wasser und alle passen nur rein, wenn wir das Hallenbad Nord haben und das multifunktionale 50 Meter Hallenbad Süd bauen. Lang wurde dieses Nord-Süd-Konzept vorgestellt mit vielen Zahlen. Hier nochmal die grobe Zusammenfassung. Hallenbad Nord, Lehrschwimmbecken, Schwimmbecken, Kinderplatschbereich, Sauna. Bisszustand soll saniert werden, Hallenbad Süd. Ebenfalls Lehrschwimmbecken, sehr wichtig, wie Sie gehört haben bei meinem Vorregner. Wir haben wirklich ein zentrales Bauelement eines Schwimmbades, dieses Lehrschwimmbecken. Multifunktionsbecken im Landbereich. Ja, dieses Lehrschwimmbecken im Hallenbad Nordsee des Soros, im Hallenbad Süd, wo es etwas größer sei, aber auch gewährleistend, dass dort jeden Tag, Warmbadetag ist, durch diesen Hubboten, verschiedene Nutzergruppen und kleine Kinder oder große Erwachsene, und bedarfsberecht die richtige Wassertiegel eingestellt bekommen. Und dann dieses Multifunktionsbecken. Das wurde auch schon kurz angesprochen. Kernelement. Hier ist ein Teilhubboden und dieser flexible Beckenteilung. Ein Teilhubboden sieht so aus. Auf einer Seite des Beckens sehen Sie hier diesen Teilhubboden, der auch hoch- und runtergefahren werden kann, um von verschiedenen Nutzergruppen dann die Anwendung zu ermöglichen. Bei den verschiedenen Beckenteilern gibt es die Klappwand, fahrende Stahlbrücke und Hubwand. Wir haben ein paar Bilder mitgebracht, dass man sich das mal vorstellen kann, weil hier Typen gibt es ja noch nicht. So eine Klappwand sieht einfach so aus, dass eine Stahlwand mitten im Becken steht, die heruntergeklappt werden kann. Hier sehen Sie zwei Fotos, wo die Segmente gerade verstellt werden. In wenigen Minuten kann man dann dieses große Becken in zwei Becken teilen und hat dann die Möglichkeit, verschiedene Nutzergruppen im Hallenbad aufzunehmen. Die andere Möglichkeit ist die Startbrücke, das ist grafisch dargestellt worden von meinem Vormittner. Hier steht es in der Mitte, die wird dann einfach zur Seite geschoben, nach rechts gefahren, ans Beckenende und schon hat man ein großes Becken. Oder aus meiner Sicht auch eine elegante Lösung, einfach eine Wand, die den Boden versenkt wird und bedarfsweise hochgefahren wird, hat man das Becken in zwei Minuten geteilt oder wieder vereint, je nach Bedarf. Im Betrieb sieht es dann so aus, zum Beispiel wie hier in Hannover, die haben eine Klappwand, hier ist sie hochgefahren. Ja, und ich bin auch gleich fertig. Und da sieht man die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten, einmal mit Leinen, hinten ohne Leinen oder ein neues Bad für zwei Handfertig bestellt in Neckarsum mit einer versenkbaren Trennwand. Hier sieht man auch das 3- und 1-Meter-Brett, das man für Stuhlsport und für Rettungsschwimmer-Ausbildung braucht, also so könnte das dann aussehen. Ja, die Vorteile, mit diesem neuen funktionalen 50-Meter-Hallenbad, wir werden ein barrierefreies Bad haben, es wird bedarfsgerecht für alle Nutzergruppen ausreichend groß sein, es wird eine gute Idee, Fahr- und Radwegeanbindung haben, Parkplätze werden da sein, fußläufig erreichbar, schon jetzt findet der Schulunterricht auch in Freibad, TSG und Paulhorn-Arena ab, das heißt, die Schulen laufen jetzt schon dorthin, Standort, Ideal, eine Gebietsabwicklung für die ganze Stadt, wir haben Heimbad Nord und Heimbad Süd, und es ist das wirtschaftlichste Konzept hinsichtlich der Verhältnisse Investitionen-Betriebskosten zum Nutzen. Jetzt kommen wir zur fünften Standfülle, und jetzt kommen wir zur fünften Minute, die zweite Probeabstimmung, nochmal, sind Sie für einen 25-Meter-Betriebskostenbedarf nicht deckt, dann will ich so ein kurzes Handzeichen, und nun das Handzeichen über das 50-Meter-Betriebskosten, das den zukünftigen Barbedarf der Typen entdeckt, das sind jetzt mehr, eindeutig mehr geworden, ich sage es jetzt mal, bitte von hier oben aus, ja, zu dem, ich werde gerade aufgefordert zu reden, ja, aber zu diesem 25-Meter-Betriebskosten noch einen Satz, also dieses 25-Meter-Betriebskosten, dieses 25-Meter-Betriebskosten hat ja die Konsequenz, dass, wenn Schulsport ist, das heißt, wenn in den beiden Bändern Schulsport stattfindet, kein öffentliches Bades stattfindet kann, eben analog ist es dann nachmittags, das heißt, die Öffentlichkeit, von der bisher wenig geredet worden ist, wird oft vor dem beschlossenen Bad stehen, vor beiden beschlossenen Bändern. Gut, wir haben jetzt noch insgesamt fünf Fragen, zu den anderen Gefahren haben wir die Fähigkeiten. So. Das finde ich nett, dass ich jetzt so abgewürgt werde. Meine Folie hat auch sehr viel Zeit. Meine Folie möchte ich noch trotzdem zeigen, die habe ich kurz aufgeblendet gehabt, die habe ich im Jugendgemeinderat gezeigt, in Singapur, auf dem 10-Dollar-Nose, in Sporthaus, weil aus meiner Sicht sehr positiv auch schwimmen, das ist der Geldschein, den jeder in der Hand hat, und der jeden Tag, jeden für Anlass zu begreifen, dass Sport wichtig ist und auch schwimmen. Vielen Dank. Applaus, 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 Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin Cornelia Stoll und ich bin vom Freundeskreis Pro Unandrat gebeten worden, hier eine Stellungnahme abzugeben. Ich möchte zum Anfang sagen, dass ich nicht gegen die Erweiterung der Tübinger Schimpflichen hier spreche, sondern ich spreche hier für das U-Land-Bad. Und zwar ich spreche für die vielen Menschen, die das U-Land-Bad nutzen. Das hat mein Vorredner gerade gesagt, wer kommt nachmittags ins Bad, das sind eben nicht nur die Vereinsschwimmer, das sind die nicht vereinsorganisierten Nutzer der Heilgäder. Für diese Menschen möchte ich hier sprechen. Und wie gesagt, es sind Menschen, die nicht in Vereinen organisiert sind und die auch nicht im AK Bader organisiert sind. Unser Freundeskreis hat sich ganz spontan gebildet, als in der Öffentlichkeit bekannt wurde, dass der Erhalt des U-Land-Bads bedroht ist. Es war zunächst eine Handvoll Leute, die nur wenige Tage lang Unterschriften sammeln wollte. Wir haben dann eine riesige Resonanz erfahren und geradezu eine Lawine ausgelöst. Viele Leute sind fassungslos, dass das U-Land-Bad aufgegeben werden soll. Es haben sich immer wieder Menschen bei uns gemeldet, die auch später noch unterschreiben wollten. Innerhalb weniger Tage waren es 777 Unterschriften. Und zwar keine Online-Unterschriften, sondern alles persönliche Unterschriften. Mittlerweile sind es ohne unser Zutun ungefähr 1300 Unterschriften geworden. Innerhalb von zwei, drei Wochen. Dabei haben wir von vielen Seiten gehört, wie sehr das U-Land-Bad im Menschen aus vielen verschiedenen Gründen wichtig ist und am Herzen liegt. Einige dieser Gründe sind, wir nutzen und brauchen das U-Land-Bad. Das Bad liegt sehr zentral. Es ist zu Fuß, per Rad und mit allen Buswinkeln der Stadt bei jedem Wetter und zu jeder Tageszeit leicht zu erreichen. Viele Schülerinnen und Schüler erhalten hier ihren Schwimmunterricht. Aus der Grundschule Innenstadt, der Gemeinschaftsschule West, den U-Land-Straßen-Gymnasien, dem Carlos-Schmidt-Gymnasium. Menschen aus der ganzen Stadtgesellschaft nutzen das U-Land-Bad. Kleine und große, Simmels und Familien, Menschen vieler verschiedener Herkünfte. Und im U-Land-Bad werden Schwimmkurse für jedes Alter durchgeführt. Es ist übersichtlich und überschaubar und gerade deshalb bei Kleinen und Älteren besonders beliebt. Ein weiterer Grund, die Innenstadt braucht das U-Land-Bad. Es hat eine über 100-jährige Geschichte und steht unter Denkmalschutz. Und es gibt wenig stadtbildprägende Bauten aus dieser Zeit, die bis heute in ihrer ursprünglichen öffentlichen Nutzung und Qualität erhalten sind. Das Bad belebt das Viertel um Karlstraße, Friedrichstraße, Poststraße und U-Land-Straße von morgens um 6 bis abends um 22 Uhr. Oft wird der Schwimmunterricht mit Einkäufen, Café besuchen und Ähnliches verbunden. Dies alles nützt der Innenstadt. Bewegungs- und Gesundheitsangebote gehören nicht nur an den Stadtrant, sondern auch mitten in die Stadt. Bewegung und Gesundheit, das sind Themen der Zukunft. Das U-Land-Bad ist für viele Bürgerinnen und Bürger gerade neben seiner zentralen Lage ein beliebter Gesundbrunnen. Reha-Gruppen wie die Rheumaliga nutzen das Bad regelmäßig. Prävention, Bewegung, Rehabilitation und Aquafitness werden immer wichtiger. Gerade wenn man diese verschiedenen guten Gründe bedenkt, die für den Erhalt des U-Land-Bades als Schwimmbad sprechen, ist für uns das ganze Verfahren nicht akzeptabel und auch die Darstellung der Finanzierungen nicht transparent. Es hat keine Bürgerbeteiligung stattgefunden, wie es eigentlich gute Tübinger Praxis ist. Und wie es in Grundsätzen festgelegt wurde. In den Grundsätzen zur Bürgerbeteiligung steht, dass diese zu Beginn stattfinden soll, bevor wichtige Weichenstellungen getroffen sind. Und diese Weichenstellungen sind in der App schon abgebildet. Im Arbeitskreis Bäder war der nicht organisierte Sport nicht vertreten. Und ein ganz wichtiger Punkt für uns, es wurden keine Alternativen für den Weiterbetrieb des U-Land-Bades als Schwimmbad entwickelt und zur Diskussion gestellt. Alternativen wie etwa den Ausbau des U-Land-Bades für den Gesundheits- und Wärmesbereich als Spa oder auch Überlegungen zu anderen Betreiberkonzepten. Auch um solche Alternativplanungen möglich zu machen, bitten wir Sie alle hier im Saal und die vielen weiteren Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt bei der Bürgerbefragung für den Erhalt des U-Land-Bades als Schwimmbad zu stimmen. Ich bin jetzt fertig mit meiner Stellungnahme. Vielen Dank. Ich möchte aber noch meine Kollegin Frau Sutor bitten, die weiteren 700 oder 800 Unterschriften an den Herrn Oberbürgermeister zu übergeben. Dankeschön. Applaus Vielen Dank. Ich wollte sagen, dass ich mir in der Situation, auch mit der präsentativen Darstellung des Isfären war, dass es in Aussicht steht, wo wir absolut nichts dagegen haben, dass man immer Vorkommen mit David und Goli hat, in unserer Bemühung, das Ullandbad zu erhalten. Irgendwie vom Kräfteverhältnis fühlt man sich da sehr wenig schade. Ich habe keine Schleuder dabei und hätte ich sie dabei, würde ich sie weglegen. Das lasse ich bleiben, weil ich sie sowieso nicht dabei habe. Das sind unsere Unterschriften, die haben uns die Mitbürger anvertraut, in der Annahme, dass ich sie an sie weitergebe und dass sie an sie denken, ihre Wünsche, ihre Hoffnungen, berücksichtigen. Vielen Dank. Wobei der Zweck, der Epp ja ist, gerade wegzukommen von den Unterschriften, wo ich nie weiß, wie repräsentativ ist das für die Gesamtstadt. Also ja, auch eine Methode, sich einzubringen, aber eben nicht repräsentativ.